Bruder Alter, was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung was da war, auf einmal hat der Donau so bzzzzz gemacht und alles ist hängen geblieben. Vielleicht überhitzt? Was ich aber nicht glaube, dann wäre das Mittag schon passiert. Muss ich auf jeden Fall nachher mal abchecken. Bitte nicht Singleplayer. Naja kein Blue Screen, alles ist einfach stehen geblieben, komplett gefreezed. Ohne Blue Screen, hat er einfach nur zzzz gemacht so. Die Schraube am Fernsehen von 8 Meter Stuttgart ging gar nichts mehr. Boah, jetzt seid ihr bitte nicht abgehauen. Die Täter, die haben dann 10,25 schon so längeren Personen angekündigt bekommen. Ähm, wir versuchen es. Ja, wo bist du? Ja, ich fahr gerade wieder zurück. Jack Carbreak, viel übernimmt das, wir stehen hier. Streif! Wo bist du? Jack? Ich müsste vor dir sein, glaube ich. Ah, da. Hast du Standby gemeldet? Jawohl. Wohin? Wir haben die schon wieder bekommen. Ach, wir haben? Boah, echt jetzt? Ja. 6 wieder aktiv. Streifel 2 habt ihr die Person oben getroffen gefunden? Wir haben die Person getroffen. Wo denn? Dreh die gerade. Also wenn das weiterhin heiß ist. Da vorne rechts mal. Also wirklich da was dran ist. Gucken nicht, dass da das ein Ding dann alles gut hat. Also die haben rechts rein gebogen. Verstanden. Verstanden. 200 Meter weiter vorne haben sie den bekommen. Der hat auch angehalten und äh... Ach, der hat angehalten. Naja, er hat sich kooperativ gezeigt. Tö, dann fahren wir in Richtung Stadt. Wir haben nur kein Streifengebiet, nix. Müsstest du anfangen. Ja, versteh. Fahr mal! Schleife Streife 6 kommen. Sorry, Schleife. Tut mir leid. Ja. Streifengebiet. Streifengebiet. Wir nehmen sie mal den nördlichen Teil der Stadt. Bleiben sie aber noch bereit, falls es da oben immer noch heiß ist. So verstanden. Streife 6 Ende. Ah, fahr, fahr. Warum? Wohin? Wohin? Ich habe einen Norden der Stadt. Gut sind wir. Eieiei. Langsam werde ich warm mit der Karre. Ja, ich finde den anderen im Wangenhunder irgendwie besser. Hatte ich auf einmal so einen Summen im Kopf, dann musste ich aussteigen. Naja, wir sollen trotzdem im Norden bleiben, ne? Im Norden der Stadt. Wir haben den Norden bekommen, weil ich das weiß. Norden der Stadt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, komm, stand-by. Ach, der Stand-by. Ja, ja. Haha, der Lucha. Mhm. Ja, ich schnapp mich mal an. Stimmt. 65, vielleicht. 65. Äh, Frau Chiara. Ähm, bei. Komm. Ja, das mal kurz, kleinen Moment. Chiara Kahlen ist der Name, ne? Ist der Name, ne? Ist der Name, ne? Wenn die Frau das ist, dann ist es wahrscheinlich sogar die Empfindung. Nimm die Möder raus und lass das kein anderer auf Wasser sehen, Alter. Das ist so bestellt, der kann schon mal ins Auto, ich bin doch da. Ja. Jetzt Funk an. Norden der Stadt. Ja, Moment, warte. Ja. 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 Ja, ja, da oben handelt sich aber wahrscheinlich eine Verwechslung, äh, die... Nein. Äh. 80 Knaus. Leitstil für 80. Passt so. Genau so. Passt so. Genau so. Sacken finden wir. Glauben Sie? Annet sich um die Frau Holly Williams. Annet sich um die Frau Holly Williams. Glauben Sie? Glauben Sie? Ja, wird es jetzt mal durchfucken, Williams? Oder soll ich das? Leitstelle für Streife 6 kommen. Glauben Sie? Glauben Sie? Glauben Sie? Ja. Witte wiederholen Sie nochmal das Streifengebiet. Streife 6 ja. So richtig, ja. Ähm, den nördlichen Stadtbereich, ja. Ähm, die Hills grundlegend und ähm, so dass es Richtung Zentrum geht, ja. verstanden bitte damals den 26 durchführen das graue hinter uns ist darf das fahren ist auch da rausgekommen kann ich so nichts sagen die begleitung von einem knapp was so dicker wir sollen der stadt da bin ich nur hilf wir sind in den hills oder ja dann soll es richtig ja ich will dahin für die kollegen unterstützen schwarzer schwarzer leistungswert ist schon damit vermitteln ich weiß nichts zu tun ich habe drei verfolgt jetzt aktiv da jemand negativ wir machen jetzt ein 10 oder 2 mit dem händler abkommen die dreh ich wohl mal luft streife für mich stand bei was glaubt was was kriegt der typ jetzt an er ist 10 26 am der tierob hier geil wahrscheinlich geld straff wenn er nicht zahlen kann das denn dann in glaubst du da wird schuldig gesprochen oder unschuldig jawoll natürlich welche streife war das die den kontrolliert hat keine antworten steinern streife 2 10 06 die krieg du bist da oben mit deiner streife alleine also streife ein steht noch da aber die sind nicht besetzt und du fährst alleine rum ja und hier war eben eine streife an dem shop die dieses gelbe auto kontrolliert das war schon für drei aber die ist noch jetzt von da gekommen also sind die damit durch keine weg wir haben da keine kontrolle gemacht da stand eine streife vor dem auto und davon ich hole mir den streife 1 sicher gleich mit ab so gefällt mir hat im funk besser streife 4 10 26 meinst du gerne für die streife 4 funkt nicht mehr leitstellen das ist einfach 10 26 immer dieses der platz der kopf als leitstelle ja das stimmt das hatte ich vorhin auch deswegen ist kacke aber das mit dem 26 immer mit ortsansage lang also wenn ich sage naja das jetzt in meiner position dann darf die leitstelle erst mal nicht suchen leute losgefahren sogar fünf fahrzeuge die meisten grau schwarz in dem moment wo mich angefahren sind kommen als gleicher mit 10 neue infos personen waren vor ort oben in sennichhaus auch grau schwarz gekleidet auch schwarz in dem zentrum krankenhaus gucken ob sie da irgendwie die fahrzeuge finden erwoll ich habe zwei ist quasi auch in anfahrt was macht jetzt oben noch von der schaffer 6 ja krankenhose 10 uhr 6 und sind bereit für weitere aufträge ist der stadt war ein feuer frei in die stadt rein bitte zentral rein alles gleich sehe euch streife sieben fahrt immer bitte bei unendlich vorbeigucken ob da bewegen was kommt streife 6 war gerade bei united vor circa zwei minuten der meint united ist sehr ruhig da oben da oben ist united bruder haben die gewechselt ja ja die haben zwei orte jetzt dann bitte streifen fahrt intensiv fortführen in der stadt streife sieben nimmt den westlichen teil streife 6 zentral so nördlich zentral streife 1 übernimmt den östlichen teil der stadt und südöstlichen teil fahrt oben zwischen stadt und nörden krankenhause sauber 3 bis 7 checken weißt du das heißt der gruß den ich gerade gemacht habe feck dich wir haben das sagen streife instant bei ist das so ja alles klar muss ich mir merken da frage ich mir noch so richtig gegen zentral nördlich zentral nördlich das heißt oberhalb bis zum bankenhaus runter wo die grenze ich werde trotzdem mal hier lang ja noch das zwar hier ich habe gefühlt hat hier gerne schleichwege benutzt werden da waren die kollegen deshalb habe ich ja auch die sirene angemacht damit die genau wissen fickt euch wie haben das sagen das ist unser streifengebiet raus hier das gilt uns wir fahren mal bei united wieder vorbei aber nicht straight rein sondern vom dingshaus wir brauchen Erfolg strafe 6 fahrt mal bitte richtung pd macht check ich habe hier einen blauen sultan hack spoiler so ein türkisblau sitzen mal maskierte person drin gucken mich ganz so weit nehmen wir jetzt so was von in die fresse ohne halt ich fest ich halte mich fest fährt jetzt Richtung Stadtpark check überhöre der Geschwindigkeit so ein babyblau ist da babyblau spoiler soll dann mal 10 26 keine 100 prozent aber ich glaube der ist eben auch hier oben schon vorbeigefahren hat hier gut brauchen wir keinen kommen da werden wir gleich sein 31 ist mit 3 sie sind am links fett der kollege jetzt hier vom pd nimmer von der damen die personal neuer die glaube blau wo sagt wir fangen einfach mal das war garage bin da gesehen er steht der teig kontor die den rausgreifen ist in der nähe der sich in am wenn schlimm mit sich weg bleiben sie stehen fahrt verpflichtet du glaubst du nicht wirklich dass du abbauen kannst mein vorn bleiben sie stehen du machst so vor dem motor aus ich denke und steigt aus der karra kapische zeigen sie jetzt aus dem wagen versprochen kommt man bleiben sie noch mal ruhig beide die hände hoch jetzt eine person hebt hier hin zwei beide personen neben die super mittel klappt doch ich habe hier dreht die noch mal berichtung stelle herren grünen einmal zu mir aktiv bei den streife 1 verlegen sie mal richtung stelle genau sie versprochen einsatz fahrt dichter stadtparker sei dir schnell in nähe bleiben sie dreck im gesicht eine kreuzung noch weiter bitte sie haben dreck im gesicht einfach mal die gegend beobachten nein dann runternehmen ist eine knarre dabei bitte so eine knarre dabei hast ja 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 auch einen waffenschein ja habe ich einen ausweiser sau dabei ja den hätte ich gerne mal gesehen bitte beide personen maskeert in den wagen bitte schön henrik davis richtig wir haben sich hier der mpd sehr langsam begeht haben sich dafür sehr interessiert die frau willi steht hier draußen noch und ich stand hier draußen ein kendrick davis hat auch eine knarre dabei sagt er ja fixieren sie und alles weitere kennen wir im pd fixieren hier richtig kommen wir gerade entgegen er sieht nicht so gut aus arme können sie runternehmen und einmal mit dem rücken zu mir bitte sind vorlich festgenommen und wieso das alles weitere klären wir auf dem pd ok tada wie gesagt beide personen einfach direkt fixieren ins fahrzeug einsteigen lassen und ins pd fahren lassen alles weitere klären wir dann vor ort kommen dann gehen sie mal hier zu ihrem kumpel bitte ein moment ich würde in die tür aufmachen einmal zu mir bitte bitteschön am hätten einsteigen freut mich danke dafür immer doch immer doch vorsicht mit dem kopf heilige scheiße und auch einmal sie hinten einsteigen bitte gehörs auf was 30.000 klären bei ich versuche ihnen auch eine werkstatt zu erreichen ansonsten schleppe ich das selbst abkommt check jawohl nett nett haben sie verdächtigen personen gewahrsam und kommen jetzt in pd check verdächtige personen wofür denn was haben wir denn gemacht alter pass mal auf du hörst jetzt mal auf hier so dumm rum zu quatschen ok ich quatsch nur rum ja du sonst haben wir gleich mit zwei ein problem ach so geht doch ich genieße die stelle recht da für sieben nimmt normales gebiet ja nehmt ihr bitte zentral westlich streife 1 bitte nord und südlichen teil also nordöstlichen dann guckt ob jeder irgendwie eine kolonne von 15 fahrzeugen finden strafe 4 haltet ihr bitte noch mal was passt was und mein team ist und sieben stand bei mann alter 30k klären bei Zoe. Kappa. Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich krieg die Krise, Alter. Wir haben 2 Uhr nachts. Bruder. Ich schreibe hier keine Aufsage auf. Was, Alter? Ja, 10.06 Uhr hier, komm. Andra, sie kommen bitte hinten in der SPD. Beide Kollegen sind da gerade im Standby. Karre ist kaputt. Zwei Hefflinge. Streife 7 verlagern sie auch mal. Hier fährt ein Motorrad rum. Vielleicht mal kontrollieren, komm. Stroh war instant, nein. Wir müssen die Karre ist durch. Die Karre ist, glaube ich, durch. Oder, Christina? Negativ. Nee, dann übernimm dann, äh, die beiden so einmal. Wir waren noch bei dir, 70, ne? Ich mach jetzt mal die Türen auf. Dann steigen sie hinten rechts mit dem Haus. Ja, wo die Türen sind, dann auf. Kann lossteigen. Geiler sinken, alter. Ich muss den Hut aufziehen. Dann sieht man sich gefährlich aus. Machen wir wieder zu? Jawohl. Komm, sie mit. Jawohl. Habt ihr die schon durchsucht? Komplett? Negativ. Negativ. Alles klar. Gut, der Herr hier mit dem freien Oberkörper bitte einmal an die Wand. Ich dachte, ich wurde gerade schon untersucht. Ja, ich gucke es mal nach. Und der mit dem grünen Shirt einmal bitte Richtung Tür an die Scheibe, bitte. Achso, da. Ja, wundervoll. Wunderprächtig. So, ich sehe hier mit der kurzen Hose. Ich werde jetzt einmal kurz die Hand fesseln abnehmen. Machen sie irgendwelche komischen Zackungen irgendwie machen, handeln hier rum. Dann merke ich dir 30.000 Volt durch deinen Körper, Junge. Dann merke ich dir 30.000 Volt durch deinen Körper, Junge. Das ist die Augen, Pisser. Ja, ich mach nichts. Das ist easy. Alles klar, nimm Hände wieder nach oben. Haben wir eine Streife im Osten oder Südosten der Stadt? Streife 1, wenn ihr das kommt. Können Sie die mal, oder Streife 1, wenn ihr mietet, fahrt mal zu dem Block, wo das Tattoo-Studio im Osten der Stadt ist. Da haben wir vorhin sehr viele Bewegungen von blau gekleideten Leuten und auch blauen Fahrzeugen gehabt. Ich würde fast darauf wetten, dass der blaue Krummer so weit stand da. Okay, ihre Waffe nehme ich jetzt erstmal so an mich, ja? Ja, Streife 1 so mitgehört, aber noch zwei. Wollen Sie Ihr Telefon? Ja, check. Das ist die Tasche. Ja, nämlich auch das Springmesser, was ich hier habe, das nehme ich dann auch erstmal ab, ja? Den Schlag kriegen nämlich auch erstmal weg, ja? Ja. So, nehmen Sie Hände runter. So, und folgen Sie mir. Das ist jetzt erstmal in Zelle 2, ja? Ja. Das ist jetzt erstmal wegen der Sicherheit und das ist hier in der Klingel. So, ich muss doch was essen. Kommen Sie rein. Machen Sie es bringen. Ja, machen Sie mal. Ja. Meine Hände sind gefesselt. Ja, kannst du gleich machen. Ja, machen Sie mal ab. Alles klar, Officer, gar kein Problem. Wir sind hier nicht im Quatsch-Comedy-Club, ne? Nur nur, damit du Bescheid weißt. Wann meinen Sie? Ja, du hast mich schon verstanden. Ein ganz witziger, wa? Haben Sie sich jetzt, kriegen Sie sich wieder in den Griff, oder soll ich helfen? Ich bin doch komplett im Griff, ey. Ich frage doch nur. Alles klar. Gleich ein Ding wie bei Ihren Kollegen. Ich nehme Ihnen jetzt die Hand fassen, machen Sie eben wegen Schwachsinn. Ja, Kollege Taysen in die Hand. Der schreckt nicht davon zurück, das zu benutzen. Ich schreibe den Rektar in deinen Körper rein, Bruder. Hände nach oben. Ja, kein Problem. Haben Sie irgendwas dabei, was Sie nicht dabei haben sollten? Ein paar Schusswaffen, ein Messer oder so, aber ich habe für alles eine Lizenz. Ja. Dann darf ich jetzt meine Waffe nicht mit einem Waffenschein, nicht mehr bei mir führen. Bruder, du bist sowas von weg hier, Alter. Das kannst du voll voll ausgehen. Da fliegt irgendwas. Was haben Sie denn hier alles bei sich? Wo haben Sie denn den Leck mich am Arsch? Den Schläger, die Axe, Schlagring, Taschenlampe können Sie so behalten. Dann nehme ich Ihnen auch jetzt noch weg. Wo ist das Telefon? In der hinteren Hosentasche. Rechte Seite. Ach, jetzt kann ich einfach mal reden. Dann habe ich das auch erstmal. Nehmen Sie die Hände runter. Gut. Dann kommst du jetzt mal in Seite 3, ja? Gar kein Problem. Haben Sie Essen, Trinken? Ja, warten. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt noch kurz was zu trinken, was zu essen. Nicht, dass Sie mir hier umfallen, ja. Ach, Quatsch. Ja, das ist jetzt gleich. Kommen wir jetzt kurz ein paar Infos rein, was jetzt genau war und was jetzt genau ist. Und dann sage ich Ihnen was los ist, ja? Ja, machen Sie das. Dann haben Sie was zu trinken und dann haben Sie hier noch was zu essen. Schauen Sie das rein. Ganzen 6er Träger Eistee, geil, danke. Ja, was haben Sie denn, haben Sie? Mach gleich mal die Zelle auf. Ähm, was zu essen, habe ich gesagt. Und zu essen, wird das nichts. Ja, haben Sie genug Platz in der Tasche? Ja, soweit ich weiß schon. Hä? Passt das oder nicht? Oder passt das nicht? Warte, ich gebe Ihnen jetzt mal zwei, drei Stück hier. Ja, passt. Alles klar, gut, wundervoll. Alles klar, ich nenne mich sofort, ja? Ja, tschüss. Ja, komm mal kurz mal. Henrik! Die Streif sind wieder aktiv. Ja, gut. Irgendwie... STVO-Verschein. Was ist los Krüger, kriegst du ihn noch hin? Mhm. Ja, so mit. Äh, ihr wart vor Ort jetzt die beiden Offizier, die die festgenommen haben, oder? Ja, das ist unrichtig, ja. Ähm, okay. Wir haben jetzt erstmal so illegales Nix dabei gehabt, ähm... Ja, und meine Ausdrucksweise gerade eben, die wollten uns im Fahrzeug verarschen, ne? Des Todes. Sind wir so zwei Dulli-Tunnen, oder? Ja, ja, genau. Kann man nicht ernst nehmen. Äh, auf jeden Fall, bevor wir aufs Gelände rausgefahren sind, hatten die Herrschaften... Masken an. ... ihre Masken immer noch auf. Nee, deswegen haben wir die... Treffensweise. Der wollte auch übrigens flüchten, er hat das aber nicht geschafft. Ja. Der wollte sogar flüchten. Ja, der Winke hier in Zelle 3, der war der Fahrer. Die Seitengasse, wie super, von den Kollegen. Wir haben den halt sofort zusammengeschrien, dass der gar keine Chance hat abzuhauen. Besser, wenn der Bild stehen bleibt. Ähm, kriegt ihr das denn, eine Verlagd aufzumalen? Jo, klar. Wollten wir ihn kriegen. In dem Fall haben wir ja zwei verschiedene Personen, das bedeutet, ähm... Widerstand gegen den Schatzgerät kannst du nur den einem anderen hängen. Ähm, ansonsten noch immer die Maskierung. Und dem anderen dann nur die Maskierung. Ich spreche euch kurz beide ab, ja? Ja. Ähm, trag das bitte beides ein, ja? Zwei unterschiedliche Verlangen, ja? Ja, ja, genau. Wie hieß der jetzt in Zelle 3? Ja, das müsst ihr dann zum Mal rauskriegen, ja? Ich mach jetzt kurz, äh... Ich hab jetzt eben Beweissicherung gemacht von den Sachen, die ich Ihnen abgenommen hab. Ähm, das werde ich dann hinzufügen, ja? Ja, cool. Okay. Dann habt ihr heute echt die Arschkarte. Ja. Dann gucken wir, dass wir das schneller durchkriegen wie eben, ja? Ja. Soll ich mal eine Fallakte machen oder einen Einsatzbericht? Wir sollen eine Fallakte machen, du Affe. Wie hieß der? Mit Täter, Opfer, Zeugen, Leitende, Ermittler. Ja, aber das ist so ein Einsatzbericht. Was? Ein Einsatzbericht. Nee, in der Fallakte, das soll, ne? Die sollen verknackt werden. Täter. Ja, hab ich den Namen nicht. Ich nehm den dritten. Ja. 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 Grofler. Latschel, ich schreibe eins, komm. Kannst du lange warten, da kommt nix raus. Ja, das ist richtig. Wie heißt denn hier dein Kumpel, jemand? Er ist so in Pisten eingeschlafen. Ach, ja, ja, ich weiß schon, wer der ist. Alles klar, danke. Ah, ja. Alles klar, so verstanden. Halten Sie weiterhin die Augen offen. Kannst du die Tür zu machen, oder? Lass uns mal kurz den Funkkreis bitte wechseln. Pissflitsche. Ja, wir müssen dann... Funk zwei. 2, 4, 6 wechselt Funkkreis. Der Herr Jackson. Ich schlepp dir hier einen nach dem anderen an. Ja, das tut das leid. Ja, von dem Herr Jackson bitte noch Telefonnummer und Mailadresse aufnehmen. Das ist nicht in seiner Akte drin. Ja. Ich putz mal in meine Brille. Schon mal eine Fallakte gemacht? Ja, wie du? Nö. Aber das sollte nicht so schwer sein. Das ist ja gut vorgegeben, was ich alles einfügen muss. Vorname, Geburtsdatum, Nachname, zusätzlich Rufname, E-Mail, Telefonnummer. Das haben wir ja alles in der Personenakte hier. Jawohl. Entsprechend kopieren wir da draus. Wir fügen das dort ein. Opfer, Zeugen. Opfer haben wir keine. Zeugen hätten wir uns beide dementsprechend... Ja, und Dings, ne, schief. Und Krüger auch. Das stimmt. Wir müssen reintragen. Ja, ja, jawohl, jawohl. Merkmale. Fahrzeug. Weißt du, was für ein Fahrzeug das war? Kuruma, glaube ich. Roma sicher, ja? Mh, nicht mehr. Mach mal den, Herr Krüger. Vielen Dank. 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 Also SCVO wird halt generell so belangt, ne? Wenn dann wäre das, was du jetzt glaube ich erreichen willst, dann Widerstand gegen Staatsgewalt? Hat er es versucht mit Gewalt durchzuziehen? Negativ. Okay, dann können wir das nicht machen. Okay. Dann können wir das nicht machen. Fahrerflucht ist in dem Fall, ist das genauer definiert? Ich muss kurz nachgucken. Ohne Personenschauen. Ja, ob das im Gesetzesbuch halt noch genauer definiert ist. Weil wenn da ein Unfall mit ein Unfall mit ein Problem haben wir halt ein Problem, weißt du? Jawohl. 30.000 Negativ Fahrerflucht nach einem Unfall Fahrerflucht nach? Mit Unfall Also in Verbindung mit Unfall Hat er nicht Dann kannst du es nicht anklagen Ja dann nur Verschleunungsgebot Alles klar Dann nimm kurz die Aussagen einmal auf Was die hier vielleicht Versuch mal rauszukriegen was die MPD wollen Und ansonsten Warum die dann maskiert durch die Stadt fahren Ich habe jetzt aber Zeugenaussagen Notizen und Anhänge Zeugenaussagen trage ich denen auf ein? Wenn das von ihnen jetzt eine Aussage ist Dann nimmst du ihn als Person Und dann ist das seine Zeugenaussage Und dann ruhig die Frage mir zustellen Und dann seine Antwort macht das kurz und knackig Cooper ist da Zu nun mit Herrn Cooper nochmal kurz schließen Stand irgendwie bei dem anderen Kollegen da eben Und ich besorge gleich den Greif Und dann machen wir schnell nochmal draus Ich frage die einfach mal die von PD zu suchen hat Was geht? Hat die da vorraten Genau Jawohl Jo Ja Ich brauche eine Zeugenaussage von dir Eine Zeugenaussage? Ja Was für eine Zeugenaussage Mann Oder eine Täter Aussage Was hat die dir denn vom PD zu suchen? Maskiert Dürfen wir hier nicht langfahren? Nicht maskiert, nein Du brauchst aber mit dem Finger nicht auf mich zeigen Was ist denn? Nix Ja dann hol mal raus Ja Warum will ich hier langgefahren sein, Mann? Ja Maskiert vor dem PD Nix Er hatte nix geplant, nix vor Einfach so Nö Dachte wir ein chilliger Ausflug, ne? Maskiert vor dem PD vorbeizufahren Dachte wir ein chilliger Family Ausflug, Mann Family Ausflug, Mann Okay Einfach nur so, Mann Und spaß hier langgefahren Mein Kollege hat das Auto neu, Mann Ein bisschen Mal geguckt, wie das fährt, Mann Mehr war's nicht Wo ist mein Kollege jetzt überhaupt? Der redet gar nicht mehr mit mir Neben dir In der anderen Zelle Okay Holy shit, Mann Was sollten wir denn geplant haben, Mann? Keine Ahnung Meinst du, dass wir wirklich so dumm sind Und das PD angreifen? Naja, du wolltest abhauen, ne? Bin überhaupt nicht abgehauen, Mann Da kommen zwei Fahrzeuge auf dich zu Gefahren mit Blaulicht Die vor dir halten Ey Du fährst weiter Da kam gar kein Fahrzeug auf mich zu Sicher? Nur euer Wagen Und es war eins Ich wusste ja gar nicht, dass Einstreifenwagen zwei bedeutet, Mann Also wolltest du nicht abhauen? Nö, warum denn? Ja, du hast ja den Einstreifenwagen gesehen Also Mann, die Karre fährt 160, Alter Die Karre fährt 160 Meinst du echt, dass ich vor euch wegkomme, Alter? Und deswegen hast du angehalten? Weil du wusstest, du kannst nicht flüchten? Das ist so richtig, Mann Aber ich hab ja nichts verbrauchen Boah, der ist ja dumm Der hat gerade zugegeben, dass der abhauen wollte Außer wie sie sagen Maskiert am PD vorbeigefahren zu sein Kann vielleicht auch daran liegen Dass die Scheiben geschwärzt sind Vielleicht sagt das deswegen maskiert aus Wie du jetzt behauptest, dass dein Kumpel nicht maskiert war? Hat er das gesagt? Ich hab's doch gesehen Der hat ein Tuch im Kopf gehabt T-Shirt Ja, das T-Shirt, ne? Maskes Maske Ja? Maskes Maske Maskes Maske, ja richtig Ja, alles klar, wir sind fertig Ja, ich guck, dass wir das diesmal ohne Anwalt machen Ey, das müssen sie versuchen Was für ne Pfeife, ey Aber die wollen wahrscheinlich keinen Er sagt, er ist nicht abgehauen Dann sagt er, er hat einen Streifmann gesehen Aber er wüsste, dass er dann nicht abhauen kann Und deshalb ist er stehen geblieben Weil die Karre nur 160 fährt Wo die gefahren sind Machen Sie das bitte das gleiche Machen Sie eine Kurzfassung draus Es scheinen wahrscheinlich einfach nur zwei Eierfallen zu sagen Ja, aber machen Sie das nicht so nah, dass Sie sich da nicht absprechen können Da ist ja gerade keiner Naja, das ist Thema schon schwierig Und der wollte versuchen, dass sein Kumpel nicht maskiert war, ne? Ich hab's ja gesehen Ah ja, ich hab's ja gesehen Ja, da sind ja mehrere Zeugen Gut, dann nehmen Sie noch die Aussage von dem anderen Herren auf Und dann spreche ich die mal an Kedrick Alles klar, ich komme jetzt kurz am Richter Ich fühle mich am Richter Und ihr müsst noch wegen Anwältigung Und ihr müsst Oh nein. Was denn? Sie machen beide gleichzeitig eine Fallakte auf. Jawohl. Aber unterschiedlicher. Ne, ne gleiche. Ne, ne. Ich mach hier aus Zelle 3 den. Der Williams ist aus dem Mittleren. Die können wir zusammen anklagen. Ja, weil der Krüger meinte unterschiedlich. Kann man das noch äh... Ja, alles gut, lassen wir es jetzt. Alles klar. Nicht weiter schlimm. Leitender Mittler trage ich dann... Fragen Sie sich ein. Ja. Das Staatsanwalt würde ich Sie einklagen, richtig? Richtig. Also eintragen, nicht anklagen, bitte. Gut. Richter? Äh, John Greif. Äh, der Herr aus Zelle 1 hat übrigens in allen Punkten die Minimalstrafe gekriegt. Minimalstrafe? Ja, plus, äh... Eintag Führerschein hinzuge. Hm. Ist ein faires Urteil. Kann man nix Ihnen sagen. Also ich hätt' gern ein bisschen mehr gehabt, gerade weil das gegen sie ging. Also, gegen Officer hier im Amt. Aber, es ist ihm halt zugute zu halten, dass er halt ne gewisse Unzurechnungsfähigkeit hatte, durch die Medikamente, die er genommen hat. Und, äh, dass er halt erst so kurz im Start ist, und dementsprechend... So, gucken Sie sich's ihm an. Äh, ich hab's soweit als eingetragen. Einsatzbericht... Herr Börben, haben Sie schon Einsatzbrech geschrieben? Moment. 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 Die Aussage von dem Herrn haben Sie noch nicht eingetragen, ne? Noch nicht, bin ich gerade im Schreiben. Ne, ich meine den Herrn Williams gerade. Ne, ne, ich habe noch keine Aussage. Ach so, ach ja, Sie müssen ja noch den von dem Herrn Davis aufnehmen, ne? Dann machen Sie das doch eben. Aber am besten machen Sie es hier. Holen Sie da am besten eben raus. Vielen Dank. So, Täterzeugen noch, sagst du? Beteiligte Person, Staatsanwaltschaft, ist der Herr Cooper. Jawohl. Richtig, da der Herr Greif. Anwälte haben wir nicht. Noch nicht. Leitende Ermittler bin ich. Sollte dann alles eingetragen sein. Das war in der öffentlichen Garage. Wir haben gerade einen Anwalt abgesetzt und wollten dann eigentlich Richtung nach Hause fahren. Und dann kam auch schon der Streifenwagen, der uns gerammt hat. Ich gehe mal hier die Personenakt aufschlösen. Eher auch mit der Jackson. Ja. Du hast ja bestimmt eine Handynummer, ne? Eine Handynummer? Jawohl. Ich habe schon gehört, dass ihr meine Handynummer haben wollt. Und die willst du uns nicht geben? Was wollt ihr denn mit meiner Handynummer? Wir müssen natürlich eintragen hier wegen den laufenden Ermittlungen und alles. Wir müssen die ja eintragen wegen laufenden Ermittlungen. Was für laufende Ermittlungen denn? Ja, wenn die jetzt gerade stattfinden und gleich. Achso. Geht sie mit einer Mailadresse von Ihnen aus? Ah, Mailadresse wollen sie auch haben, ne? Ja, natürlich. Wenn da eine Vorladung zu Ihnen kommt, dann müssen wir Ihnen ja natürlich irgendwie zustellen können. Ansonsten landen sie auf Erfahrungsliste. Werft mir sie doch einfach in den... Auf Erfahrungsliste? Ich bin doch aber schon hier. Werft mir doch das Vorladungsschreiben einfach in den Briefkasten. Werft mir doch gestern auch schon so kooperativ? Wo ist denn jetzt das Problem? Dass ich einfach angehalten werde. Ja, sie waren auch verschleiert. Ach ja, stimmt. Das war ich ja richtig, genau. Ne, war ich nicht. Doch, dafür gibt es mehrere Zeugen. Ach, die Zeugen, ja. Die Zeugen, die hätte ich natürlich gern mal gesehen. Ja, die können Sie nachher bestimmt noch sehen, wenn wir Ihnen hier den Prozess haben. Also gerade hast du noch wie ein Gangster geredet. Jetzt redest du wie ein Weißbrot. Was ist denn los? Na, Cooper, komm, sowas damit. Also. Ja. Jetzt rede ich wie ein Weißbrot, ja? Was ist denn los mit dir? Hat er jetzt so Aussagen gemacht? Aber wollen Sie meine Mailadresse haben? Jawohl. Können Sie gerne haben. Kleines C. Aha. Kleines J. 1, 3, 1, 12. Den Rest können Sie sich ja denken. Und Handy hast du nicht, oder wie all the sweet? Machst du darüber Telefonzelle? Telefonzelle natürlich. Ah, okay. Tja, wir sind mal gespannt, was die Lila nennen dazu sagen. Wieso denn die? Ja, Bello, jetzt rennt. Alles gut? Alles super. Und selbst. Ja. So, Herr Davis. Ja, bitte. Sie waren hier am PD, ist das richtig? Wie bitte? Sie waren hier vorher am PD, ist das richtig? Wir sind hier vorbeigefahren? Ja. Wir sind hier vorbeigefahren, ja? Ja? Was haben Sie hier gemacht? Sie haben hier auch angehalten? Ich war nur Beifahrer. Ja, Sie haben doch bestimmt trotzdem vom Beifahrerposten aus alles beobachten können. Ja. Ja, dann erzähl doch mal, was haben Sie denn beobachtet? Sie sind vom PD stehen geblieben. Ja. Da stand auch ein Polizist vor der Tür. Ja. Wir standen da eine halbe Minute und sind dann wieder gefahren. Hatten Sie da zufällig Masken auf? Nein. Da sind Sie sich sicher? Ja. Okay, ja, dann sind Sie wieder gefahren. Bruder, sag besser die Wahrheit. Dich haben zu viele Leute gesehen. Das war auch kein Wokia, Ewigkeiten in den Fahrzeugen. Ja, was ist das T-Shirt auf dem Kopf? Sag einfach die Wahrheit. Ja, okay. Ich hatte das T-Shirt auf dem Kopf, ja. Das stimmt. Das wäre schon mal schön, dass Sie kooperativ sind. Also ich kann Ihnen jetzt nur sagen, alles, was Sie hier sagen, was wirklich auch der Wahrheit entspricht, das ist nur zu Ihrem Vorteil. Okay. Sie haben auch das Recht, hier nichts zu sagen. Das kann dann auch nicht gegen Sie verwendet werden, aber wenn Sie sich hier kooperativ zeigen, dann ist das immer besser. Dementsprechend kann ich natürlich auch gucken, dass ich da ein geringeres Strafmaß fordere. Okay. Das sehe ich ja bei Ihnen, Sie sind ja noch nicht so auffällig geworden. Wir haben ja noch nichts, was gegen Sie vorliegt. Aber wenn Sie jetzt hier anfangen und ich habe hier sechs Officer, die mir sagen, Sie saßen in einem Auto mit einer Maske auf und Sie erzählen mir hier, Sie hätten keine auf gehabt, obwohl das offensichtlich gelogen ist, da überlege ich mir das doch mal, ob ich nur die Mindeststrafe fordere. Okay. Gut. Also, hatten Sie eine Maske auf? Ja. Gut. Und dann, was ist passiert? Sie haben vor dem PD gehalten. Was wollten Sie hier vor dem PD? Ich weiß nicht, was er hier wollte. Eigentlich wollten wir nach Hause fahren, aber er meinte halt, dass wir am PD vorbeifahren. Waren Sie nur Sie beide im Auto? Nein, da war auch der Anwalt dabei. Wer ist denn der Anwalt? Haben Sie da einen Namen? Ich kenne den Namen selbst nicht, nein. Okay. Und der ist hier ausgestiegen, oder wie? Der ist an der öffentlichen Garage ausgestiegen. Und da kam dann der Streifenwagen und da wollten Sie flüchten? Ja. Und da hatten Sie immer noch die Maske auf? Richtig. Und wann haben Sie die Maske abgezogen? Als ich aus dem Auto gezogen bin. Äh, aus dem Auto ausgestiegen bin. Alles klar. Dann haben wir hier ein volles Geständnis. Und kooperativ. Und kooperativ, das ist schon mal sehr gut. Und dann versuchen wir das gleiche dann nochmal mit dem Handjaxen. Alles klar. Aber was wird uns denn eigentlich vorgebrochen? Dass Sie gegen das StGB verstoßen haben, und zwar, dass Sie sich verschleiert haben in der Öffentlichkeit. Das ist in diesem Staat verboten. Okay. Sollten Sie wissen. Das ist hier für jeden frei einsehbar. Strafgesetzbuch. Okay, gut. Alles klar. Dann einmal zurück in die Zelle und einmal den Handjaxen hier hin. Ja. Ich liebe mein Kopleben, Alter. Wohin geht der? Also, der Paulik. Gut. Aber Bruder, du hast doch bestimmt schon mit dem Bekanntschaft gemacht, Alter. Da kannst du mir jetzt hier mal, wenn du willst. Ja, gar kein Problem. Der Kopfschmerzen, oder was? Negativ irgendwie. Oder? Was? Was ist er denn? Hallo? Okay. Ah. Ah. Guten Tag. So, Herr Jackson. Ja, hallo. Was geht aus? Ich sag Ihnen jetzt nochmal, wenn Sie hier sich kooperativ zeigen und mir die Wahrheit sagen, dann wirkt sich das positiv auf Ihr Strafmaß aus. Was denn für ein Strafmaß? Nach Paragraph 29 StGB gilt hier ein Verschleierungsverbot im Staat. Gegen das haben Sie verstoßen. Ja, hab ich das, ja? Ja. Okay. Glauben Sie mir, das haben Sie. Achso, ja, hab ich ja. Der hatte keine Maske auf, aber ich werde den Teufel tun. Also geben Sie es gerade damit zu, oder? Nee, gebe ich nicht, aber okay. Also MWP halt. Gut, jetzt haben Sie mehrere Officer mit einer... Ja, eine Sache will ich wissen. Ähm. Wer? Wer sind denn die Zeugen, die das bestätigen können, dass wir mit Masken erheben sind? Zeugen sind Officer, die hier vom PD waren und Officer, die sie an der öffentlichen Garage angetroffen haben. Des Weiteren haben wir eine Aussage von dem Herrn Davis, der sagt, dass sie auch eine Maske getragen haben. Der Davis hat den ganzen Tatbestand schon zugegeben. Oh, der Cooper ist gut. Der Typ, der da in der Zelle sitzt. Ja, ihr Beifahrer. Der ist gut. Der ist gut, der Cooper. Offensichtlich kennen Sie den ja. Ja, natürlich kenn ich den, natürlich. Ja, fahren fremde Menschen in Ihrem Auto mit, oder wie? Dann haben wir noch so eine Frage. Ja, erzählen Sie doch eine Frage. Warum war denn der Herr Stevens bei Ihnen? Wer ist das? Noch nie davon gehört. Mit dem hatten Sie doch gestern eine Unterhaltung, oder nicht? Dieser Anwalt. Ja. Ich habe ihn gefragt, warum er mich in den Knast bringen will. Das habe ich ihn gefragt. Das war gestern. Ja, und heute hatten Sie ihn ja auch dabei. Der war ja gerade im Auto. Das ist ja Bullshit. Das sagt der Herr Davis aber auch. Dann labert der Herr Davis ja wohl ziemlich scheiße, würde ich sagen, oder? Welchen Grund hat der Herr Davis da Ihnen scheiße zu erzählen? Ich doch nicht, vielleicht will er seinen Arsch retten, oder so. Holy shit, man. Welchen Singvogel hätte ich Ihnen das schon alles erzählt, oder nicht? Ich weiß auch gar nicht, was Sie hier für eine Nummer machen. Also Sie haben sich hier lediglich ein T-Shirt, Sie haben sich hier ein T-Shirt über den Kopf gezogen und fangen jetzt hier an, irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Also das ist, was ist denn da, geben Sie es doch einfach zu und dann ist die Sache vom Tisch, dann können wir hier weitermachen und Sie können hier raus. Also das ist absolut Kindergarten, was Sie hier veranstalten. Kindergarten ist, man, dass drei Streifenwagen kommen müssen für zwei Personen. Holy shit, man. Du bist so ein gefährlicher Gangster. Lachst du jetzt so, Bulle? Bulle, du kleiner Hobbygangster. Die Straße wird dich fressen und ausscheißen, so wie du äckst. Dann holen wir nochmal eine Beleidigung auf. Wird die mich fressen, ja? Mhm. Ja, setz dich mal hinter deinem Schreibbuch, steck ein Kaffee in den Alter und geh mir nicht auf die Nerven, Mann. Na, Herr Mürben, gehen Sie mal bitte zum anderen Gefangenen. Jawohl. Also, jetzt reißen Sie sich mal hier ein bisschen zusammen. Also, Sie sagen, Sie... Mit was für einem Hampelmann hängst du denn ab, Junge? Was ist denn das für einer? Bitte? Mit was für einem Hampelmann hängst du denn ab? Ja, ich hab den halt vor ein paar Tagen kennengelernt. Du wirst hier nicht lange überleben, wenn du mit dem abhängst. Ich sag halt dir, ne? Hier sind ganz andere Leute unterwegs. Er meinte halt, er will irgendwie eine Familie gründen und ich hab halt keinen. Nee, nicht in deinem Sinne. Ach, der will eine Familie gründen? Ja. Ihr wisst aber schon, was für Heidi rumrennen, ne, in der Stadt? Ich bin knapp zwei Wochen da, ich kenne mich noch nicht so gut aus, nein. Deutlich gefährlich, ja, weil es eher da. Okay. Klang halt so, als hätte er einen Plan und ich hatte halt sonst niemanden. Ja, ich würde da vorsichtig sein. Sonst landest du jetzt, wo du hier bist. Und wo hängt er so ab? Ja, wir sind unten, der meinte, der wohnt unten am Kreisel. In der Grove? In der Grove State, genau. Komisch, den hab ich noch nie gesehen. Ja. Will hat mir auch nicht gesagt, wie lange er schon da ist. Er meinte halt, dass er da... Ich geb dem einen Tipp, halt dich fern von dem. Okay. Ich geb dem einen Tipp, weil der mir so rüberkommt, als wäre der nicht auf den Kopf gefallen, Alter. Und der hat gar keine Ahnung, mit wem der hier abhängt. Deshalb. Der Typ da, das ist... Ich geb jetzt schon mal, aber wenn Holly jetzt da ist, ist egal, ich weiß, wer da kein Meter machen wird. Der Typ da, hinter der Glasscheibe, der wird gefressen. Wartet ab, was ich jetzt sag. Der wird sowas von weggebuxt, Alter. Das erste Aufeinandertreffen mit Borlas und dem Typen da, Alter. Wer nicht auschecken will, der ist. Ja. Komm, sprechen Sie mal ein bisschen leiser. Sprechen Sie leise? Ja. War der Herr Jackson auch maskiert? Sind Sie sich da auch sicher? Also Sie müssen jetzt hier nicht irgendwie meinen, dass wenn Sie jetzt nur behaupten, dass die auch maskiert waren, dass das da... Ja, also Sie müssen schon die Wahrheit sagen. Ja, der hatte eine Bobs-Maske auf. Bobs-Maske? Er verpfeift den. Ah, du machst das Richtige, Bruder. Geh den gerade weg. Hattest du mit dem? Hängt der da in der Zelle? Und der Herr Jackson, was hatte der auch? Auch ein T-Shirt auf dem Kopf. Ja, gut. Da haben wir sonst ja weitergebracht. Regens wird es heute hier. Ja, gut. Ja, ja, Herr Cooper. Ja. Der Herr hier in der Mitte hat mir auch gerade erzählt, dass der mit dem grünen Hemd wohl in der Grove Street wohnt. Das ist wahrscheinlich auch ein Mitglied. Und dass er es dann in zwei Tagen kennt und der vorhat, eine Familie zu gründen. Also wahrscheinlich eine Gang. Nicht schon eine Gang in der Grove Street? Also es ist der zweite, den ich bisher, seitdem ich in den Dienst bin, sehe mit dem grünen Hemd. Die anderen Mitglieder, die da in den Akten stehen, habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Ja, ich glaube, da war irgendwas, was die ausgereist sind oder so ähnlich. Dann wird der ja mehr Probleme haben, falls die Leute wieder nach Hause kommen. Na, dann lassen wir die das am besten regeln, oder? Wie ich eben gerade gesagt habe, die Straße wird ihm fressen und ausscheißen, so wie der acted hier. Weil es gibt ja noch ganz andere Leute, vor allem in dem Gebiet. Ich glaube, die finden das nicht so lustig. Würde ich jetzt mal behaupten. Gehst du da mal mit hin, bitte? Bitte? Ja, okay. Ist der jetzt eigentlich in der Zelle oder steht der hinter der... Wo ist denn der? Der steht in der Zelle, ja. Ja, bei mir steht der Herr Davis halt nicht so ganz in der Zelle, aber... Ja, der steht hinter der Zelle, ja. Da hinten rechts in der Ecke. Ach du heiliger Bim-Bam. Herr Krüger, wo kommen Sie denn her? Von da. Herr Krüger. Ja. Hier, der Kumpel hinter mir. Also in der mittleren Zelle. Ja. Ich habe mir gerade geswitchert, dass der Typ mit dem grünen Hemd im Kreise wohnt, in der Grove Street. und den Plan pflegt, eine neue Familie zu gründen, oder eine Familie zu gründen. Warte, ja, ja. Alles klar, ich schreibe das mal auf hier. Entschuldigung. Schreiben Sie sich das auch auf, ja. Wohin damit? In die Telefonnummer. Ach, Telefonnummern will er übrigens nicht geben, aber E-Mail hat er rausgerückt. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Ja, das ist egal. Aber der Herr Krüger hat gerade auch schon angedeutet. Ich glaube, er wird sich von alleine lösen, das Problem. Ja, gut. Ermessen. Jetzt noch eine andere Sache. Herr Krüger, wie viele Personen haben Sie im Fahrzeug gesehen? Zwei. Zwei? Jawohl. Da war wohl noch eine dritte drin, die auch maskiert war. Der Fahrer war auf jeden Fall, als wir den angehalten haben, nicht maskiert. War er nicht mehr maskiert? Nein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, als er ins Fahrzeug eingestiegen ist, kurz vor der Garage, als wir angefahren sind, hat er die Maske im Auto dann ausgezogen gehabt. Als wir gerade angefahren sind. Ich glaube, der ist aber eine blaue Maske. Also hinten konnte ich nicht sehen. Das ist beim Vorbeifahren. Ich habe nach vorne die Scheibe gegucken können. Genau. Der hat eine Maske auf, wo sie nach dem Auto saßen. Weißt du, was jetzt das lustige ist? Eine dritte Person habe ich nicht halt gesehen. Ich passe auf den Meter. Weißt du, was jetzt das lustige an der ganzen Sache ist? Es gab gestern diesen Vorfall mit dem Herrn Stevens. Der bedroht wurde von dem Herrn Kalliskaya und dem Herrn O'Neill. Wurde dazu genötigt, ein Gespräch mit dem Herrn Jackson zu spielen. Unten an der Grove Street am Kreisel. Und der Herr Stevens saß da wohl heute mit dem Auto. Okay, keine Ahnung. Also, der komisch. Ja, machen Sie jetzt mal hier zack zack und so. Der greift den Rufis und so mal an. Ich bin fertig. Seid ihr fertig? Ja, habt die Anwalt gefragt, ob die einen brauchen haben wollen, tun, irgendwas? Negativ. Negativ. Dann macht das bitte jetzt. Wir müssen jetzt erst mal die Zeugenaussagerei machen. Ja, das Problem ist, der steht bei mir hinter der Glasscheibe irgendwie. Ich glaube, ich habe da eine Fliege auf der Brille. Ja, nee, das ist halt leider hier so in dem Laden. Ich könnte mir mal eben kurz die Brille rumsaue. Ich glaube, das bringt nichts. Bleiben Sie mal hier stehen. Ich zeige Ihnen mal. Jawohl. Lass ihn springen. Sind Sie in der Zelle, ja? Gut, passen Sie auf. Ich mache jetzt die Zellentümer noch mal auf. Dann kommen Sie noch mal raus. Die Zelle war sogar noch offen. Jetzt. Und dann gehen Sie aber Richtung Zelle 1. Boah, dieser 30.000 Euro Klient, alter. Wundervoll. So, jetzt machen Sie mal einen größeren Bogen, bitte. Und gehen Sie dann hier wieder in den Zellentümer. Richtig, gar kein Problem. Wundervoll. Schreiben Sie halt so Tweets in die Akte. Jo, das hat mich ganz nötig gemacht. Hau ihn weg, Krüger, hau ihn weg. So, wie sieht das bei Ihnen aus? Wollen Sie versuchen, eine Anwalt zu erreichen oder wollen Sie sich selbst vertreten? So, geht es jetzt vor Gericht? Ja, sicher. Wir machen das hier im Schnellverfahren. So, ja. Ich bin für den Anwalt. Ich kann mich auch selbst verteidigen, Mann. Aber jetzt okay. Also, Sie verzichten, auf das rechten Anwalt anzurufen. Krüger. Dann schreiben Sie es dementsprechend in die Akte. Der Herr möchte sich selbst verteidigen. Jawohl. Sind Sie beim Fond eingepennt, oder? Und dann holen wir den Herrn. Wo trage ich das denn rein, Herr Cooper? Weil der sich selbst verteidigen will? Wo genau? Schreiben Sie einfach als Notiz. Unter Aussagen und dann Notizen und Anhänger und dann schreiben Sie rein, dass er auf das Recht verzichtet hat. Ja, beide. Brauche ich keinen Anwalt. Soll ich immer was jetzt gerade sagen? Ich bin jetzt umso glücklicher, dass sie das als getränkte Akten gemacht haben, weil dadurch können wir erst den Herrn Davis machen, der dann aussagen kann, dass der Herr Jackson aufmaskiert war. Und dann machen wir den Prozess mit dem Herrn Jackson. Ja, gut. Hier, nee, nee, warte mal hier. Hast du jetzt bei mir selbst auch mit eingetragen? Habe ich bei dir eingetragen? Du hast bei mir eingetragen, ja. Warte. Kann man nur nicht löschen. Ist egal, ist doppelt drin. Ich habe den Jackson nämlich gehabt. Ah, ich habe bei Davis jetzt. Sie haben beide bei Börben eingetragen, ja. Williams, Konzentration. Ah, es ist schon spät. Es ist sehr spät. Er hat noch meine 30 Stunden in. Er wird die Kana hochgemacht gleich. Wir können gleich schon wieder den Herrn aus Zelle 1 entlassen. Tatsache? Ja, um 3 Uhr darf er gehen. Der hat einen Teil der Strafe bezahlt. So viel, wie er hat konnte. Jawohl. Kommt an. Herr Krüger, Sie sind's teuer. Peace, Shadow. Schlaf gut. Können Sie die Leitstelle so lange abgeben, oder? Äh, wieso? What? 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 Die soll ich mal die Leitstelle abgeben? Obwohl, ne. Ja, stimmt. Das ist Herr Krüger seine Leitstelle. Die wird nicht abgabend geben. Ich habe einen hellblauen Soldaten gemeldet. Da saßen zwei Kasper drin und Massen drauf. Ich weiß nicht, ob die das waren. Dann habt ihr rausgekriegt. Das war die. Was wollen Sie denn von mir jetzt noch hören? Soll ich das noch kurz in die Akte reinschreiben, oder? Ja, schreiben Sie es kurz in die Akte. Gut. Ich schreibe aber nicht Kackpfeifen, ne? Ich sage einfach, dann... Ja, schreiben Sie zwei verdächtige Personen. Soll ich da jetzt wirklich diese Aussage von Herrn Davies da so reinschreiben, wie der das ausgedrückt hat? Was? Da kannst du natürlich die Information umformulieren. Was hat der denn da gesagt? Das hat er alles zurückgeben und war es ein bisschen weh am Kopf, so wie man das... Was? Das formuliert doch mal ein bisschen mehr. Nein, 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 nein. Wenn Sie eine Aussage bekommen haben, wortwörtlich, so wie die Kackpfeife, das gesagt hat, aufnehmen. Wenn der den ganzen Tag da rumflug, beleidigen etc., das muss alles drinstehen. Da wird nicht irgendwie was selbstständig da eben wieder zugedichtet oder irgendwann. Wenn der nicht reden kann oder nur scheiße labert, der Netzhaus halt so, aber sie schreiben das genauso auf, wie der das ausgibt. Ja? Ja, wollte es ja. Genau, wundervoll. Hast du es auch verstanden, Williams? Natürlich. Wundervoll, gut. Aber der Herr Davies hat doch alles soweit zugegeben. Ja, und der sollte der Typ auch nicht erfahren. Ja. Na ja, guck mal, soll ich da jetzt noch eine Aussage reinmachen oder nicht? Paul Davies? Ich dachte, da hätten sie schon. Nee, noch nicht. Ach du, Herr Williams. Das hier, der, vor einer halben Stunde schon war ich fertig damit. Ja. Auf geht's. Dann hören Sie ihn mir auf. Auf geht's. Schreiben Sie es jetzt nebenher. Wir holen jetzt den Herrn Davies raus, dann machen wir das mit den Herrn Greif und dann ist es fertig. Also, zu Ihrer Info, Herr Greif, der Herr Davies verzichtet auf das Recht von einem Anwalt. Warum sind denn da eigentlich zwei Fallakten offen? Ja, das ist jetzt so, weil die Herren das das erste Mal gemacht haben. Nee, 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 das war auf Ansage. Nee, nee. Ja? Ja, am Anfang ging's darum, der Fahrer, den Widerstand reinzudrücken und da kann der Beifahrer so im Prinzip als von der Neustadt sein. Ja, aber einen Widerstand haben wir nicht. Ist auch egal. Ja, guck, wir fangen mit dem Herrn Davies an. Pass. Ja, bitte. Dann gehen wir am besten dahinter. Fangen wir hier vorne mit der Jacksons. Ja, Schief, am besten, war das ein Vögelchen. Am besten ein bisschen weiter weg. Ja, okay, gehen wir rüber. Jawohl. Dann holen sie mal bitte raus. Mit ihm fangen wir an. Sie können rauskommen. Jawohl. Einmal geradeaus. Zu den anderen zwei Herren. Also langsam macht das Bock als Kopf. Nur der scheiß alte Klärer trägt mich auf mit der fucking Singen, Alter. Sie möchten keinen Anwalt, richtig? Sie verteidigen sich selbst? Okay, alles klar. Dann eröffne ich die Verhandlung der Stadt Los Santos gegen Kendrick Davis bezüglich Fallakte 1805-2601. Herr Cooper, Sie haben das Wort. So, wir erheben Anklage nach Paragraf 27 Absatz 2, das Verschleierungsverbot, was hier im Staat gilt. Herr Davis hat sich in einem Fahrzeug mit dem Herrn Jackson befunden. Die waren beide maskiert. Herr Jackson war mit dem Fahrzeug flüchtig. Das Fahrzeug konnte gestellt werden. Wir haben mehrere Aussagen von Officern, die das belegen. Und der Herr Davis gibt es auch selber zu. Okay, gut. Herr Davis, Sie geben zu, dass Sie maskiert werden? Alles klar. Dann Herr Cooper, ist das Strafmaß? Ja, wir fordern hier lediglich die Mindeststrafe, da der Herr keine weiteren Vorschrafen hat und sehr kooperativ ist. Alles klar. Dann das Gericht stimmt der Anklage zu. Und damit ist die Verhandlung beendet. Ja, das ist dann ein Strafmaß von 1800 Dollar, das da auf Sie zukommt. Wenn Sie es nicht, äh, wenn Sie das nicht bezahlen können, dann einen Ersatzhaft von 36 Tage setzen. Gut, alles klar. Dann alles weitere klären Sie mit dem Herrn Cooper. Herr Davis, ich stelle Ihnen dann jetzt hier einmal die Rechnung aus. Ja. 1800 Dollar. Dann einmal unten links unterschreiben. Ja. Gut schön. Jawohl. Jetzt voll traurig. Und dann, äh, leitet Sie der Herr Böben nach draußen. Jawohl. Ja, hören Sie nur kurz ein T-Shirt, ich habe meins im Auto liegen. Ja, da, vielleicht hat der Herr Böben noch ein T-Shirt da, um es spinnt oder so, weiß ich nicht. Müssen Sie Herrn Böben fragen. Ich gucke gleich mal. Ich habe keins da. Okay. Hallo. Willst du mir von dem Typen die Handy-Nummer geben? Ja. Echt? Warte. Hast du die? Ja, habe ich. Aber eigentlich wird mir mein Handy noch nicht zurückgegeben. Ja, dann müssen wir nochmal runter. Wer hat dir das denn weggenommen? Ähm, der Glotzkopf. Krüger. Jawohl. Ein wunderschön. Weiter kurz. Ja. Gut, ähm, Herr Jackson, ich bräuchte einmal kurz hier ein Personal... Krüger. Ja. Ich brauchte das Handy vornehmen. Äh, habe ich alles hier vorne gepackt. Ja, sind wir in die Kiste, ne? Ich schmeiße ihn wieder hier rein, oder... Er gibt mir die, die Handynummer von dem Typen für die, ähm, Personalaktendinger da. Ja, alles klar. Telefon, ähm, und der ganz andere Schrott, ne? Alles klar. Alles klar, super. Ja, danke. 1805-26-02. Herr Cooper, Sie haben das Wort. Oh, hey, bitteschön. Danke. Nein, du musst dem geraden Weg gehen. Solch Knallkübe macht das keinen Sinn. In der gerade Weg. So. Jo. Jo, schönen Feierabend. Jo, Steve, dir auch. Wann sieht sie? Schön Feierabend. Wann ist sie soweit? Äh, ja. 069-738-681. Dankeschön. Kannst du nur ein T-Shirt haben? Ich geh dir ins Zimmer, warte. So schnell krieg mal die Nummer, Junge. Ach, du heiliger Wimmer. Stevie? Hallo? Stevie? Wichser. Bitteschön. Dankeschön. Oh, passt perfekt. Jo, sitzt. Dann schön haben wir. Denk an meine Worte, mein Freund. Werd ich tun. Alles klar. Peace. 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 So, Herr Böben. Wat ein Vögelchen. Der hat mir sogar die Telefonnummer von dem Typ da unten gegeben. Weil der wollte mir seine nicht geben. Hab ich direkt eingetragen. Ja, wunderbar. Ja, ziemlich ereignisreich, Schamba, für Sie heute schon. Oh, aber macht Spaß. Hm, hm. Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit hier als Richter agieren müsste, dann könnte ich da draußen auch mal was machen. Ich fühle mit. Hm, hm. Okay, alles klar. Dann, ich bin wieder oben, ja? Alles klar. Ciao. Meine Fresse, was ein Idiot, ey. Boah. Der K... Hallo, Herr Böben. Hallo, Herr Böben. Na, schönen Abend noch. Ja, ebenso, Mann. Alles okay? Jo. Hunger, Durst? Noch alles da. Ja, dürfen wir ja gleich schon wieder nach Hause, ne? Jo. Alles klar. Ey, der Cooper ist richtig cool, Alter. Der gefällt mir richtig. Das ist doch mal wirklich... Und das ist jetzt nicht böse gemeint, wenn man Jungs wissen hat. Aber erfrischend mal andere Leute kennenzulernen, ne? Ey, ein Jahr immer auf die gleichen Leute rumhängen, ey. Das ist mal echt, echt brutal gut. Das ist wie Balsam für die Seele, Mann. Ich geh mal wieder in den Funkkreis. Williams. 07 für die 70 kommen. 70 hört. Bist fertig, oder was? Das ist so richtig. Ach, du stehst vor mir. Super. Also manchmal habe ich auch nicht alle Schränke in der Tasse. Ja. Ich muss mich nur an die Gesichter gewöhnen. Alles klar, bleiben Sie auf Abstand. Wenn das so weit ruhig ist, lassen Sie es da und fahren Sie weiter. Für die Kollegen zur allgemeinen Information. Wir sind aktuell noch zwei, beziehungsweise drei Streifen, also... Haltet den Arsch im Auto drin, ey, komm. Letzige Lände. Okay. Okay. Ja. Was findet er? Ja. Ihr habt ja nun wirklich voll die Arsch gerade gehabt, ne? Ja, aber überhaupt wirklich die Arschkarte, so. Ja, ich habe auch gedacht, dass das andere vorhin, da ratzig-fatzig kurz durchgezogen wird. Aber, ja. Fangen wir wochen lang? Weil das war jetzt noch harmlos. Ich glaube, meine längste... Meine längste Verhandlungsshow war, glaube ich, siebeneinhalb Stunden, Alter. Ach, du Scheiße. Ach, geil, ja. Nee, danke. Da kann ich auch gar nicht verzichten. Dann auch wegen nichts, ja. Also... Schönen Abend noch. Schönen Abend noch, Stevie. Schönen Abend noch, Stevie. Nix, sieben Stunden, Alter. Ich sag doch, ja, das ist der Stevie, den habe ich schon kennengelernt. Er ist ein bisschen komisch. Aber er ist nicht mehr da. Ja, nein. Das ist so einer, der schreibt sich alles auf. Ja, ja. Er notiert sich gerne alles. Ja? Notiert sich alles. Ja, so verstanden, Leitsteller, ne? Ja, ich glaube, der ist eiskalt. Aber der ist doch, glaube ich, schon seit drei Stunden feiern, oder, ne? Kommt der jetzt erst aus der Kabine raus, oder? Ja, vielleicht muss er noch alles genau aufstreiten, was er da so sieht. Aber was hatten wir heute alles so gestern? Beschuss auf uns. Jetzt gerade die zwei Ampelmänner. Ich fahr nicht mehr mit dir auf Streife, ist ja klar, ne? Mhm. Ich hätte die ganze Woche nicht ein bisschen so, also nicht mal ansatzweise. Ich bin mit dir auf Streife, da kommt der Chaos, wirklich. Der Person, ich bin jetzt seit fünf Stunden im Dienst und seit fünf Stunden soll ich bei euch auf dem Wagenraub von euch beurteilen. Also? Jo. Wie beurteilen Sie uns denn? Ich meine, wir sind doch gut, oder nicht? Kann man machen, ne? Ja, wie kann man machen? Kann dauern, das ist ein bisschen lange hier, aber kann man machen, ne? Ich fahr nicht mehr mit dem Dienst, ja? Das macht jeden Tag so viel. Ja, das ist mir aufgefallen. Da sind viele Kollegen sehr, 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 sehr fleißig gerade. Das gefällt mir. Jeden Morgen, acht Uhr bin ich hier. Bis die Beförderung kommt und dann chill ich. Ja, genau. Ebenso. Ebenso. Ja, wie gesagt, zieh das, zieh das, zieh das, ich hab das letztens dem anderen Kollegen schon gesagt, denen auch ein Frischling war, zieh das ruhig mal auch dann, ne? Powert euch nicht zu sehr aus am Anfang, ja, aber zieh das dann über längere Zeit, dann will ich durch, ja? Ja, ja. Dann ist alles cool. Wer kommt da zurück? Wollen wir mal so nach? Achso, ey. Sack. Ich glaube, da wäre wieder ein Dienstgeld. Scheint wohl immer vergessen zu haben. Notizheft? Was ist denn so aus? Nichts, dass er klaut. Jo, von mir nix. Mhm. Ähm, cool, ey. Ja. Ähm, hast du eben mitbekommen, ne? Da unten hast du jetzt einen eingesperrt, ne? Ja, der kann jetzt gleich wieder raus. Ja, interne kleine Regelung, irgendwie, alles was dreistellig wird, geht hier vor, ne? So, jetzt nochmal, schönen Abend, ich hab nur mal ne Uhr vergessen. Alles was was? Ja, schönen Abend, tschüss. Alles was dreistellig wird? Minimum, ja. Ja, das war ja noch zweistellig. Ja, ich hab gehört, dass du da eben 50-50 gemacht hast, ne? Ja, ich hab da... Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schlag. Aber so prinzipiell, alles was dreistellig wird, oben, JVA, Feuer frei. Ja, das haben wir eh schon gehabt, mit Kaleskaja und sonst so. Weil ne Stunde kriegst du da unten, glaub ich, überbrückt, ja. Aber, ähm, siehst du, wenn wir jetzt da zwei, drei Leute einsperren müssen, dann müssen wir da unten Platz haben. Der Typ da unten soll in die JVA zu den Russen und so, die fressen den auf. Die Russen sind doch schon wieder raus. Ach, die Russen sind wieder da draußen. Ja, die waren ja heute schon hier und wollten mit mir sprechen. Ich mein, der da unten hat zwar hier, ich weiß nicht, hier mit der Waffe und so... Der kam mir jetzt halt nicht so vor, als wäre der da... Ich find das viel interessanter, dass der Herr Stevens auf einmal so eng befreundet mit dem Herrn Jackson ist. Stevens? Jacksons? Was? Achso, der Anwalt. Der Anwalt, ja. Das ist der Herr Stevens, der gestern bedroht wurde. Und da von den Herren O'Neill und Kaleskaja da gezwungen wurde, mit dem Herrn Jackson da zu sprechen. Wingen irgendwas, keine Ahnung, und jetzt sind die auf einmal Best Buddies. Es ist... Also... Es scheinen aber auch alle sehr gut organisiert zu sein hier. Ja, wir wollten mal vom Püdi schillen, gucken, was passiert. Ja. Maskiert natürlich, mit anderen... Vor allem da so einen dummen Aufriss zu machen und... Nee, ich war nicht maskiert. Und dann von Gericht, ja gut, ich war's doch. Ja, der eine ist da sofort eingeknickt, ne? Aber der hat auch gezwitscht, der hat gezwitscht wie ein Vogelgrad. Der hat aber auch keinen Bock, ne? Ja, der hat gemerkt, dass er da mit dem falsch rum hätte. Ich hab denen da doch als Tipp gegeben. Ich hab zudem ja gesagt, die Straße wird dich fressen und ausscheißen, so wie ihr hier actet. Und dann soll das Gebiet da unten gefährlich sein, wenn da so ein Hampelmann rumrennt? Der hört da nichts an. Keine Ahnung. Nicht? Nee, nee. Der labert Scheiße. Tja, dann wird sich ja das Problem, wie der Herr Cooper gesagt hat, ja von alleine klären. Naja. Das regelt die Straße automatisch. Also wenn die Jungs da, ich hab eben gesagt, die sind da irgendwie in Flitterwochen oder was, hier irgendein Urlaub oder was. Keine Ahnung. Die sind halt zwischendurch mal ein, zwei Wochen ruhig und dann kommen die wieder aus den Löchern raus und dann kriegen die so den Arsch voll. Das wird wunderschön. Ja, dann glaub ich schon wirklich nicht, dass der da in dem Gebiet irgendwie zu tun hat. Also wenn du einen Zeug kackpfeifen und in der Groove rumhampeln und... Das ist doch keine Wurzwein, Alter. Hämme. Ich hab den Kollege halt gefragt, so was hatten wir da vor? Und dann meinte er, ich hab den vor zwei Tagen kennengelernt und er will eine Familie gründen und so. Und ich sag so, ja mit ihm oder was? Er will eine Familie gründen. Er will eine Familie gründen. Hä? Keine Ahnung. So soll er sich da keine Ahnung irgendwo ein schickes Einfamilienhaus kaufen? Und dann... Du hast eine Frau dazu. Ja, wenn die warm sind, dann brauchen wir keine Frau, ne? Ja, gut. Komisch ist auch, jetzt redet der einer, jetzt redet der Erste da hier, der Jackson, wie von der Straße. Ja, und der Davis. So ganz cool und auf einmal, ne, wie ein ganz zivilisierter, normaler Bürger. Der Herr Davis hat mich an den Herrn Kalaskar ja gestern erinnert, der war auch sehr mittelsam. Aber hat man gemerkt, die, gerade die muss man extrem hart angehen. Mit denen kannst du gar nicht lange reden. Ja, der Herr Davis hat... Oder nicht vernünftig reden. Bei dem... Also ich war froh, dass das bei dem Davis so gut geklappt hat, dass man ihm einfach sagen konnte, pass mal auf, hier ist einiges, ne? Hier ist eine klare Sache. Du bist jetzt hier die Chance. Wenn du so war, oder lass es und... Ja, ich hab dem gerade auch mal gesagt, der soll den gerade weg gehen. Und sich von dem Spinner da fernhalten. Jetzt endet der hier als Kanonfutter. Da sind ganz andere Kaliber hier unterwegs. Ja, also der, äh... Der ist ja kein Kandidat, der hier eine große Karriere noch macht. Dann machen wir es in der Nagelschere, wenn die anderen hier Zugriff auf Militärwaffen haben aus Russland. Ja. Ja. Ja, gut, dann... Also ich bin durch. Ich auch. Ich... Ja, ja, warte mal, bis du fünf Stunden Leitstelle hast. Dann bist du durch. Bei der Leitstelle würde ich nach zehn Minuten schon einklappen. Ja, ja. Wir waren ja auch schon heute Morgen im Dienst, oder nicht? Ich war heute Morgen schon im Dienst, ja. Und dann tun sie sich auch noch die Leitstelle an. Bei acht Streifen oder so. Ja, natürlich. Ja, das müssen wir auch mal gemacht haben, ne? Wie lange bist du im Dienst? Seit heute Morgen? Ja, also, ja, vierze Stunden plus. Das mache ich die letzten Tage schon seit Sonntag. Oh, Leitstelle muss man getan haben, Herr Krüger? Ne, muss nicht, aber... Ja, wäre nicht. Wenn du es verstehen willst, ne? Auch was die Leitstelle sieht und so weiter, dann ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja, ich habe schon mitbekommen, aber ich hätte echt das Gespräch mit ihm schiefgesucht. Klingt nach Drückeberge, aber... Nö, wenn dir sowas nicht liegt oder so, dann ist das nicht gut, ne? Absolut nicht. Wie, wenn es ihm nicht liegt? Das muss ich aber machen. Hier siehst du, sie müssen, sie müssen. Nein, 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 nein. Ja, aber du hast es ja ganz ehrlich gemacht, Williams. Ich werde da niemanden zu zwingen, wenn der sagt, das liegt mir nicht, das ist mir zu viel, dann werde ich den da nicht reinsetzen und dann acht Streifen kontrollieren lassen. Und dann auch einen Notruf entgegennehmen. Das ist ja der absolute... Dann noch koordinieren. Ich kriege ja schon bei den, wenn wir sieben Streifen hier in der Stadt haben, also auf der Insel haben, kriege ich da ja durch den Funk schon eine Krise. Und dann immer darauf zu achten, ob man selbst... Ja, das hat sich die letzten Tage, so wie ich da bin, ein bisschen entspannt, ne? Ja, ja, hier gibt es echt Granaten, die die Leitstelle gut unter Kontrolle haben, ne? Ja. Frau Bleck auch, finde ich. Herr Krüger hier ist schon... Ja. Dietrich auch, Frau Bleck auch. Geht ruckzuck alles. Ich fand, der Helgo Solke macht das auch noch gut. Ja, noch kenne ich leider nicht alle. Herr Krüger macht das auch gut. Ah, bitte was. Schleimlich. Ich würde sagen, kommen wir nicht hier irgendwie hinten rein. Ja, echt. Da ist kein Platz mehr. Da kann man verbessern, ne? Das ist die Leitstelle. Schön. Oh, Williams. Wenn ich dich in der Dusche erwische. Du kleiner Schleimbutzen. Ah. Ah. Naja, war der schon bei der Armee so? Mal hier. Sergeant! Jawohl. Ein Kaffee mit Milch, Zucker? Jawohl. Oh, Kaffee, da sagen sie auch was. Du kleiner Flachwixer, du Schleimer, du. Ah. Ja, so verstanden. Leitstelle, ne? Ah, so viel unterwegs. Ich würde da noch warten, um jetzt gleich den Herrn Cooper zu begleiten. Hier da unten den Straftäter zu entlassen. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Böben. Nicht, dass der ihn da noch in den Nacken beißt oder so. Ja, Schleim weiter. Ich hab auch gar nichts zum Eigenschutz dabei. Ne, ich sichere meine Kollegen ab, Williams. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist aber sehr vorbildlich von Ihnen, Herr Böben. Wir sind eine Einheit. Wir müssen zusammenhalten. Ja, das stimmt. Du, ich stehe aus keinem anderen Grund hier. Oh, mein Chief ruft ein. Oh, oh. Yo, Chief. Ich bin mal am Angeln. Oh Gott. Oh Gott. Du hörst mich jetzt schon mit der Mutti wieder hin. Was los? Ne, aber forgive Buddha. Dankeschön. Ja, ich bin hier. Bleibsteinbums. Ganz elektronischen Kram und Kontrolle über einen Streifenwagen. Sonst endet das noch. Ich... Was hast du denn auf dem Hesse? Die stehen vor mir. Nein, nein, nein. Die sind quasi noch im Feiern. Lalalalalala. Lalalala. Gut, alles klar. Wir schnacken, ne? Mit dem Nächsten kommt der Nächste. Dann kriegen wir den nächsten Typen und dann... Ja, aber da bin ich dann schon im Feierabend. Nee, nee, sie müssen beziehen. Wir haben ein Team. Ging darum, weil die noch mal am Funkkreis hat. Ah, die können ja 24 Stunden in der Wachzelle bleiben. Halt, stopp. Bin ich tatsächlich? Nee, da geht auch um die Salle. Du hast mich doch wohl angefunkt. Ja, stimmt. Und da wollte ich dir eigentlich sagen, wir müssen den Funkkreis wechseln, aber ich hab dich dann vor mir gesehen und hab's wieder vergessen. Amfängerfehler. Nee, aber mehr wollte das schief nicht. Alles gut. Oh, das gibt ein dickes, fettes Minus. Sie sind ja, sie wollen ja gleich im Feierabend. Sie sind ja jetzt nur noch hier, um mich da unten abzusichern. Ja, woher die Hose sitzt aus? Weil der Herr Krüger ist ja auch noch mit der Leitstelle beschäftigt. Der kann ja auch nicht alles gleichzeitig. Ah, Herr Kuppers, Sie haben den Durchblick. Sie gefallen mir. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Ich mach das alleine. Ja, na klar. War das hier, wenn der grüne Psychopath wieder zurückkommt? Mit seiner Clique und seiner Familie? Welche Familie denn? Ja, wieso denn? Vielleicht hat der da irgendwo unter der Mülltonne und füttert keine Redekatzen oder so. Ja, der hat also den Herrn Stevens, der da bald Anwalt werden will und dann hat er den Herrn Davis, der uns seine Handynummer gegeben hat. Ja. Ja, den kann man umholen. Wäre eigentlich ganz schön, wenn der da mitmachen würde. Dann hätte man zumindest da Infos so bewohlen. Ja, dann schickst du den in den Tod. Der war noch halbwegs normal. Wann kommt der Kollege da unten raus? Um drei. Eigentlich vier nach drei, aber wir machen drei Uhr und dann ist er nicht. Na ja. Der tut mir auch total leid, ne? Der hatte vierzehn... Wo bist du? Du blöder Panner, du. Aber der Sergeant wollt nicht da, ne? Das ist so richtig, ja. Also gestern. Obwohl? Doch? Nein, war er nicht. Ne, der war vorgestern da. Ah, der Jupp war da. Jupp war da. Jo. Was? Der Herr Küppers war da. Küppers. Ja, alles klar. Er hat uns noch seinen FC-Trainingsanzug vorgestellt. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Fußball-Club? Zocker, meint der, ne? Ja, ja, genau. Genau. Das ist wohl so ein... so ein Verein aus Deutschland. Köln halt. Ich weiß auch nicht, also... Guten Abend. Ja, guten Abend. Grüß euch. Ja. Moin. Ja, shit, das sind müde. Alle abgehauen. Mann, Mann, Mann. Fertig mit Streife, Ludwig, oder? Ja, ich habe noch ein, zwei Dinger, die ich ins System eintragen muss. Das mache ich lieber heute, bevor ich irgendwie... was Wichtiges vergesse. Das ist der Computerspieler. Der Herr Kuhn hat mich auch schon rollmütig angerufen, dass er die Aussage erst morgen reinträgt. Ja, da hat er sich auch bisher gut vorgedrückt. Aber das ist dann auch nicht weiter schlimm. Ja, ich habe so Dinge immer lieber... Ich hätte auch noch zu Lügen, Alter. Ihr seid alle müde, nehmt es gleich alle in den Bett. Ja, dann noch einen schönen Abend. Ja, gleich weiter. Gleich weiter. Ich wünsche Ihnen. Bis morgen, dann. Bis morgen, erst mal. Tschaußen. Oliver Wolf. Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt muss ich noch einen... Ja, doch noch was fragen. Herr Krüger. Jo. Was willst du, Jody? Zeig dem Jody mein Duplo. Der hat es verdient. Wollt ihr nochmal raus, oder macht ihr auch Farben? Ähm, beim Missbrauch... Ähm, wir sichern jetzt gleich Herr Kupanob, weil unten einer in der Zelle ist und dann ab in den Feierabend. Ah, okay. Das ist gut. Genug heute, du hast dann erlebt. Ich bin durch für heute. Ich bin echt fertig. Ja, das war so verstanden, letztes Ende. Ähm, ja. Und Sie? Ja, ja. Ja, ich bin hart, die Uhrzeit. Ja, wenn du da bist. Ja, gut, auf jeden Fall. Waffen abnehmen, also Beschlagnahmen, wenn das noch nicht geht. Oh, ich weiß, ich bin jetzt immer vier Uhr in der Zelle von mir. Tatsache? Ja, das ist nur so die magische Grenze. Ja, ja. Dann lass das mal bei den Prüschlingen machen. Ja, aber wird ja immer ruhiger, nee, später der Abend. Äh, eine Sache steht da gleich noch an unten bei dem Herrn. Meistens ab zwei, ab drei. Wurde ja für Missbrauch mit einer Schusswaffe belangt und dementsprechend wird ihm seine Lizenz entzogen und die Schusswaffe wird einbehalten. Ich glaube, die liegt ja in der Asservatenkammer, ne? Ja, ja, genau. Aber die muss halt dann offiziell beschlagnahmen, sonst hätte er die ja jetzt wiedergekriegt. Aber da in dem Fall, ne? Naja, eigentlich kannst du ihn dir auch wiedergeben, ne? Groß anfangen konnte er mit nix. Ja, aber er wird trotzdem nach § 30. Das Ding ist halt, er soll lernen daraus, ne? Und in dem Fall tust du halt richtig weg. Ja, ich glaube, der hat ordentlich gelernt. Aber die Schusswaffe und die Lizenz nehmen wir auf jeden Fall ab. Ja. Also die muss er dann auch machen. Was gehört, Herr Williams? Wisst ihr, wie man das macht? Also ich hab das auch vorhin erst vom Greif gelernt. Was denn? Einer von euch beiden macht jetzt gleich die Lizenz. Einmal die Waffendizenz abnehmen und der andere vorschlägt, nimmt die Beschlagnahmen-Tipisole. Jawohl. Jawohl. So, dann mach ich mal mein Ackenkram. Viel Spaß. Also in dem Fall dann natürlich alle Schusswaffen abnehmen. Also wenn er jetzt noch einen Shotgun hätte, da war er natürlich dann auch den großen Waffenschein, ne? Ich glaub nicht, dass der mit einer Shotgun... Ne, der hat nur den kleinen. Schlagwaffen, etc. Lass sehen, ne? Könnt ihr im Prinzip auch komplett wegnehmen, aber... Ja, wahrscheinlich muss er die Hände heben, ne? Dann hol ich den Waffenschein da aus der Tasche. Ja, genau. Genau. Stellst ihn an die Wand, nimmst ihn erstmal die Waffendizenz weg und dann lässt ihn stehen und dann kommt der Kollege und beschlagnahme an die Waffen. Oh, ich denk, der könnte das Gespräch einleiten. Jawohl. Gut, gut. Das ist schon geil. Ich hoffe, dass der Williams checkt, der keine Waffe dabei hat und den die RP-mäßig abnimmt. Äh, wer nimmt jetzt was weg? Wer will anfangen von ihnen? Äh, ich nehm die Waffenlizenz. Ich nehm die Waffe. Ja, und dann fangen sie mit der Lizenz einfach an. Dann können sie auch das Gespräch eröffnen, etc. Ja, die Waffe hat er ja nicht dabei, ne, Williams? Denk dran. Die ist ja in der Aserbatenkammer. Ja, ja. Ja, aber trotzdem wird die beschlagnahmt, ne? Jawohl. Ja. Wie war der Name? Äh, Kerensky. Kerensky. Jawohl. So, Herr Kerensky. Wir sind befreit. Oh, jo. Alles klar. Aber einmal noch hier bitte an die Wand und, äh, Arme hoch. Ähm, ja. Aufklärer nicht vergessen, ne? Ja, da sie ja verurteilt sind, wird ihnen die Waffenlizenz entzogen. Okay? Okay. Hm, was die? Ja. So, die hätte ich. Dann, Williams. Und ihre, ja. Ja, reden sie aus, Herr Cooper. Ne, alles gut. Und die Tatwaffe wird natürlich auch eingezogen, so wie alle anderen Waffen, die sie besitzen, wofür sie eine Waffenlizenz brauchen. Quasi alles, was sie dabei haben und hatten. Ja. Dann kriegen, genau, dann holen sie schon mal das Handy da hinten aus der Kiste. Jawohl. Können die Arme wieder runternehmen. Wollte gerade sagen. Also folgenden Hintergrund hat das, Herr Kerensky. Sie wurden hier belangt nach Paragraph 30 StGB. Und wenn man nach Paragraph 30 StGB verurteilt wird, dann wird einem automatisch jegliche Waffenlizenz entzogen, weil sie offensichtlich nicht in der Lage sind, eine Schusswaffe zu führen. Sie können die allerdings nur beantragen. Okay. Haben wir ihr Handy? Jawohl, danke. Werdeschön. Gut. Ausweis etc. haben sie ja alles. Führerschein können sie in 24 Stunden beantragen. Und dann werden sie jetzt rausbegleitet, und dann sind sie frei. Na, einen Moment. Ja. Okay. Alle nehme ich an. Richtig. Okay. Ja, das sind Verwaltungskosten, die hier anfallen. Die fallen nicht weg. Hm. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Ja. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Lassen Sie die Finger am besten vom Waffen. Da kann Ihnen sowas nicht nochmal passieren. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen trotz allem noch einen guten Start hier. Ja, danke. Dann bleiben Sie sauber. Ja. Wir begleiten Sie dann nach oben. Und bis vor die Tür. Alles klar. Einmal dem Kollegen nach vorne. Dem Kollegen nach vorne. Okay. Was ist das für ein Clip? Was ist das für ein Clip? So. Dann schönen Abend. Dann, äh, ja, noch eine schöne Nacht. Ebenso. Ja, danke. Tschüss. 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 Bye. Böding. So, Jungs, ich habe jetzt noch ein Auftrag für euch. Ähm, wir müssen mal einmal in der Kabine hinten. Da ist irgendwie so ein Eimer Wasser mit komischem Wasser drin. Der muss einmal nach draußen gebracht werden in die Büsche oder Wände. Jawohl. Alles klar. Ansage vom Chief. Der Mixer will uns testen. Na, ich guck den Clip gleich. Na klar, ich habe da wieder das schwere Ding hier. Ach du Scheiße, das ist ja 50 Liter ist das. Wohin damit? Irgendwo die Büsche. Da vorne. Ja, einfach rein. Boah, meine Knie. Hast du die Uniform eingesaut? Negativ. Niemals. Na gut, dann gehen wir mal die Pfoten waschen da und dann warten wir vor dem Büro vom Chief. Jawohl. Mit deinem Kollegen da. Pfoten waschen. Wo ist denn dein Scheißhaus? Ich nehme jetzt einfach dann Wasserlinge. Scheiße. Oh, oh. Ähm. Ähm, was? Ähm. Nix. Nix. Was, ähm? Nix. Was, ähm? So, kannst du jetzt. Ah, dann. Was ist? Nix, nix. Hab ich den auch mit Leben? Ja, dann, du weißt ja, kann ich das hier so. Er legt mich aber an den Hintern, ey. Vor dem Büro warten. Jawohl. Links, rechts, Security. So, dann wunderschön. Dann, äh, Herr Williams, kommen Sie mal bitte zuerst mit. Jawohl. Nur weil ich schwarz bin. Loco, Bruder. Pfff. 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 Boah, ich sollte was trinken, Alter. Ich vergesse immer zu trinken. Loco, danke schon für tausend, Bruder. Ich lese alles gleich vor noch. Keine Sorge. Ich weiß, ihr subbt nur, um vorgelesen zu werden. Scheiß auf den Support. Deshalb werde ich euch das gleich noch, ähm, geben. Das sieht schon gut aus, ne? Der Sonnenbrunnen und so. Ich will nur, ich will nur, um vorgelesen zu haben. Ich will nur Liebe von dir. Boah, der Hut, Alter. Zum Glück fällt er bei meinen, hab wohl. Egal. Ich werde jetzt gefeuert. Nicht schlimm. Ich zieh mir ein grünes Hemd an. Und bin der Schwupp-Schwupp-Schwagger von Curtis. Sechster, Dankeschön für 900-Bits, Bruder. Boah, eigentlich geil. Eigentlich könnte ich Cody als Dubelein setzen für Curtis, ne? Ich könnte niemals hingerichtet werden. Hey, du Partner, lass da sein. Ich hab keine Ausweis dabei. Boah, ich kann voll die Faxe machen mit Cody. Und Cody stirbt und switcht auf Curtis. Gekündigt, du bist. Jawohl, schief. So, Herr Böben. Ja. War ja ein ziemlich aufregender Tag für Sie, glaube ich. Naja. Auch wenn Sie, ich hab das schon mitbekommen, Sie sind da, Sie haben da einen kühlen Kopf bewahrt. Und dementsprechend, Herr Böben, kann ich Ihnen dementsprechend auch schon zusprechen, dass ich denke, dass Sie hier an der richtigen Stelle sind. Dankeschön, Chief. Machen Sie weiter so. Bleiben Sie weiterhin neugierig. Ja. Entschuldigung. Bleiben Sie weiterhin neugierig. Versuchen Sie weiterhin von den erfahrenen Officern zu lernen in jeglicher Hinsicht. Und, ähm, Böben, ich glaub, Sie waren noch keine Leitstelle, richtig? Richtig. Aber da wollte ich mit Ihnen sowieso drüber reden. Okay. Ähm, ich hab auch grad schon mit dem Herr Krüger drüber geredet. Ja. Ich glaub, absolut nicht mein Fall. Überhaupt gar nicht. Okay. Würde ich eher schlecht als recht machen. Wirklich. Ich trau mich alles, ich gestehe mir auch alles zu, aber Leitstelle? Schwierig. Sehr, sehr schwierig für mich. Das, äh, muss ich Ihnen tatsächlich sagen. In der Hinsicht finde ich das sehr positiv von Ihnen, dass Sie sich da, ähm, in der Hinsicht dann richtig einschätzen, dass Sie vielleicht sagen, das könnte Schwierigkeiten, äh, bereiten. Allerdings kann ich Ihnen sagen, probieren Sie es ruhig mal aus. Jawohl. Ähm, Sie müssen da jetzt in der Hinsicht nicht, äh, die Leitstelle übernehmen, wenn da gerade 20 Mann im Funk sind. Aber versuchen Sie es einfach mal vielleicht, wenn nur zwei, drei Streifen unterwegs sind, dass Sie es einfach mal gemacht haben. Weil das ist in der Hinsicht auch wichtig, äh, dass man einfach mal gesehen hat, wie das alles abläuft. Und, äh, dass man sich einfach auch bei dem Kollegen so ein bisschen reinversetzen kann, wenn derjenige in der Leitstelle ist. Dann werde ich mal wohl früher in den Dienst kommen. Okay, alles klar. Ansonsten, wie gesagt, machen Sie weiter so. Und, ähm, schauen Sie auch weiterhin über den Tellerrand hinaus. Äh, ich denke mir allerdings, bei Ihnen muss ich mir da keine Sorgen machen. Ich habe die Straße im Blick schief. Wunderbar. Okay, dann noch einen schönen Abend. Dankeschön, ebenfalls. Ciao, ciao. Du Wichser. Ja, ich habe sie selten angebrochen, äh, ich habe es versucht, aber waren halt so viele neue, wir sind zu viele Flüchtlinge. Wir waren auch befördert, Herr Böhm. Jawohl. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Alles rein. Äh, Leitstelle soll ich trotzdem mal bei Zeit ausprobieren, dann früher in den Dienst kommen, wenn nicht zu viele Streifen sind. Ja, komm doch mal früher in den Dienst, genau. Ja, machen wir mal. Ja, danke schön, gleichfalls. Leitstelle Ende. Aber ich habe den Chief schon Bescheid gesagt, das ist absolut nicht mein Fall, ich schätze mich da sehr, sehr, sehr schwach ein. Und da es ja hier um Menschenleben geht, ne, und Fehler eigentlich unverzeihlich sind in manchen Situationen, möchte ich, bin ich ungern der Grund dafür, wenn hier das Leben eines Officers aufs Spiel steht, da Fehlentscheidungen oder Fehler zu machen. Oh, vielleicht können Sie ja bei mir in der Rechtsabteilung ein bisschen aushelfen. Wer weiß, wer weiß. Ich habe bestimmt ein paar Schreibaufgaben für Sie. Oh, ich habe Bauchschmerz, ich muss nach Hause. Ich denke, der funkt dann einmal um den Rang aneinander. Ach jo, von der 1 zu 2. Genau. So, dann einen fröhlichen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Williams, fährst du hoch gleich? Ja, 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 ja. Ja, du musst ja hier, weil du kannst mich absetzen. Was fährst du? Das fahre ich. Wahrscheinlich geht sogar erst mal um das Hotel, ich bin müde. Also hol mir noch Fahrer. Was du fährst. So, Emperor, immer noch. Ach, so weinig. Ich habe immer noch. Ja, ich weiß. Muss ich mal morgen mal die Finanzen schicken, aber ein ordentliches besorgen, ja. Bei Larrys, die verkaufen man aber keine Autos mehr. Frag wie, die lassen mich. Ach, wenn ich da frage, auch Flora, haben sie noch, ja, nee, ausverkauft? Oder fragen sie doch mal die nächsten paar Tage immer wieder an. Okay. Bei Walkers braucht man nicht fragen. Und haben die Autos für die nächsten sechs Monate ausverkauft. Alle? Ja, nicht alle, aber die man eventuell fahren könnte. Ja, Bruder, lass halt einfach alles mit mir gehen. Was haben sie denn da ins Auge geschlossen? Ein Schafter vielleicht? Ich hätte gerne so einen richtig alten Trabi so. Ehrlich. Einen alten Trabi? Ja, oder? Einen LK, nicht ein LK, aber hier so ein Traktor oder so. So was richtig so, ne, alle Leute sehen, ich komme aus dem Norden so. Zum Repräsentieren, ja, ein Traktor. Aber ich glaube, mit dem darf man nicht über ein Heimweh fahren, obwohl. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ne, ist zu langsam. Pferden, der 80? Ab 100 oder 80? Du würdest unter 80 kommen. Ach, du musst, ne, nicht 80. 60 muss man, glaube ich, oder? Ne, ne, auf dem Heimweh? Ne, ne, wenn sie unter 80 kommen, ist nicht gut. Schon überlegt, immer mit dem Fahrrad hier zum Piti zu fahren, aber ist auch nicht so. Das gelbe vom Ei. Muss halt durch die Berge, ne? Wollen sie dann den V6 schafften, oder wie? Ne, der V12 war. Mann, 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 man. Dann ist doch auch so teuer. Ja, ich weiß, aber einen Offroader will ich haben, aber... Den verkaufen die mir nicht. Na, dann musst du nächstes Mal... Morgenüber mal gucken, wenn ich dann da bin, dann fahren wir nochmal zusammen hoch. Alles klar. Brauchen sie mal auf den Tisch da. Was hast du denn da genau für ein Fahrzeug im Augenblick? Wer jetzt? Ich hab mir das noch gar nicht alles so richtig angeguckt. Oh, die 70. Du wolltest einen Träger haben. Wer mit Träger weiß ich nicht, wo du einen Träger kriegst. Uns kam tatsächlich vorhin ein Monster Truck entgegen. Ja, das stimmt. Das ist ein Sani, der Arsch. Also, einmal hätte ich den Riata im Black. Davon haben sie noch einen, haben sie gesagt, heute Mittag. Ansonsten, der Meriwetter. Was natürlich ganz sehr schön wäre, der Camacho. Aber der Riata tut's auch. Und Kohle hast du, oder was? Die Kohle habe ich. Ich hab erst ein Haus für 80.000 gekauft und jetzt habe ich noch genug Geld fürs Auto. Jetzt soll ja ganz schön hier fleißig gehen. Boah, der Meriwetter sieht echt schön aus, ne? Ja, das stimmt. 54.000? Aber der Riata auch. Hier ist irgendwo ein Auto an. Ich explodier gleich. Schief, du Wichser. Pack deine Karne jetzt nur woanders. Der Preis geht ja sogar. Der Preis geht sogar. Sehr gut sogar. Haben sie so viel, oder? Ja, natürlich. Ach, da werden einfach Schulden gemacht. Ja. Ja, nee, nicht unbedingt, ne? Also. Der Meriwetter, na, ich guck mal. Tatsächlich mal aufs Konto gucken. Ich war da schon seit vorgestern nicht mehr. Da muss ich einiges getan haben. Wo haben sie denn hinausgekauft? Also ich habe mir jetzt nur so ein Apartment da am Jachthafen. Ein Palettor-Webby hinausgekauft. Oh. Das ist aber ganz schön weit vom Schuss. Ja, aber die Aussicht ist nicht schlecht. Es ist sehr ruhig da. Und mir gefällt einfach der Nordensee. Haben sie dann über Makler gemacht, oder wie? Peace, thanks. Schlafgebäude. Vielleicht hat er mir am Jachthafen erst mal so ein Apartment genommen. Ja. Mann, wenn ich das schon alles hier höre. Apartment, Haus, Auto. Ja, das ist gar nicht so. Ja, wie wäre es mal, wenn du öfter einen Dienst kommt? Ich bin Minimalist, mein Freund. Ich brauche nicht viel. Hör mir auf, du kommst nie in den Dienst, dann hast du auch keine Kohle. Ich bin nie in den Tag in den Dienst. Absolut nicht. Bist du ein Lückner? Auf gar keinen Überfall. Wo ist denn die Leitstelle jetzt denn? Weg. Ah, ich hörstiefel. Ich glaube, der kommt wieder. Jo. Jawohl. So, 07 geht jetzt in den Feierabend. Ja, 91 auch. Ja, die 70 auch. Da haben wir ja alle den gleichen Weg. Und schon wieder sieht es so aus, als würde ich den Herrn Cooper begleiten. Ja, dann gehe ich gleich. Ja, dann schönen Feiern noch, ne? Ebenfalls. Ja, ja. Das ist ja mal ein gewagtes Outfit. Ja, mir wurde gesagt, ich soll warme Farben tragen. Ja, das können wir auch tragen. Das spiegelt meine Seele wieder. Ja. Oh, irgendeine Hexe aus dem Norden. Oh, Funke-Reed noch abgeben. Bruder. Ich bin... Oh, schnell weg hier. Nein, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, wir müssen eine Leitstelle noch Bescheid sagen. Leitstelle hat er schon so mitbekommen? Ja, Williams, du hast aber dein Style okkupiert. Bei einem gewissen Herr Cooper. Das ist nicht so korrekt. Was den Style hat ich wohl zuerst. Ich glaube, ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen und sie hat eine Uniform an. Das ist das Problem. Ich darf dementsprechend noch nicht ins Zivil draußen rumlaufen im Dienst. So, ich gehe zur Garage. Ja. Jawohl, bis später. Gehen wir einfach. Ja, wir warten, warten wir noch. Ja, wir haben zwar Bescheid gesagt, dass wir rausgehen, aber warten wir noch ganz groß, bis er fertig ist. Und die tauschen da schon wieder. Ja, ja. Die tauschen da schon wieder. Chikis und so. Sehe ich schon. Den ganzen Tag. Nur die Handys, ne? So einen Job hätte ich gerne. Aber doch. Später irgendwann. Ich finde, die Farbe steht mir. Warte. Was? Natürlich. Ah, der Hut ist gut, ne? Hab ich neun zu Hause, kriegst du aber nicht. Wirklich. Ähm, meine kurze Frage. Wenn ich Feierabend mache, muss ich die Waffen wieder abgeben irgendwo? Ja, natürlich. Einfach nur in einem Kleidung. Abgeben das. In der Asservatenkammer. Danke. Funke redet auch übrigens. Dreiküpfiger, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Na dann, schönen Feierabend. Ja, gleichfalls. Danke. Verschling. Okay, wie heißt der Kollege? Wer denn? Ach komm, den Krüger juckt er nicht. Der weiß dann, wie wir weg sind. Auf geht's. Bist du sicher? Ja. Der ruft sich gleich an. Wo sind sie? Einsatz, Einsatz. Hey, der sieht der. Wir sind noch nicht mehr im Funkkreis. Schön Feierabend noch. Manche sind aber auch nicht so gesprächig, ne? Ah, der ist schwer beschäftigt. Berichte. Weißt du doch. Berichte schreiben, Berichte schreiben, Berichte schreiben. Das war gut. Ich wollte mal gucken, meine Sprungkraft nochmal testen. Boah, der Wagen steht ja immer noch da. Welcher Wagen? Ja, der 2B war verloren, ich weiß nicht. Sag mal. Jawohl. Mussten wir einen Einsatzbericht schreiben zu dem Fall von vorhin, wo der Idiot auf uns geschossen hat? Ähm, hat der Dings, der hat PD 65 gemacht, glaube ich. Alles klar. Gorski? Irgendwie so. Der hat ihn ja auch verhaftet. Was geht da, Ludwig? Mein Freund. Was glaubste? Zwei Wochen, Rang 3, ja, ne? Ah, ich glaube eher, dass wir uns mal privat eine Waffe besorgen sollten, so nach den Aktionen, die wir hier starten. Das dauert nicht so lange. Ich glaube, wenn ich weiter mit der Streifen fahre, dann würde ich mich echt älger gehen. Bis die Hand nach uns greift. Ja, die schwarze Hand aus der Gasse da hinten. Kein Problem mit der Box, die alle weg. Ja. Immer, immer, Ludwig, immer. Ich sag halt, ich streame immer so lange, bis nichts mehr geht, Alter. Und wenn wir jetzt wieder auf Streife gefahren werden und wieder Action mehr machen, dann geht bis 5 Uhr wie damals. Lass uns mal in den Cop-Dienst reinkommen, das wird großartig. Was sagst du? Was hast du auf dem Konto? Ich kratze, glaube ich, an die 30.000. Ja, geh doch. Ich würde mich trotzdem vor der Leitstelle drücken. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Immer diese Leitstellen gequatscht da. Naja, das sagst du nicht meinem Fall. Ja, dann sag ich... Was meinst du denn, warum ich Helikopterpilot geworden bin? Weil da muss man nicht so viel funken. Da macht alles der Copilot. Muss einfach nur fliegen. Ja, aber trotzdem... Musst du einmal reingeschaut haben. Einmal mindestens. So, dann machst du morgen schön, so gegen 1 Uhr. Ja, dann bin ich auch im Dienst und dann wieder schon. Man, Williams, quatsch mir nicht voll, du Pfeife. Ach, komm, hör mal auf. Ich hab dich da vorhin rumsch... Oh, wow, der Sergeant. Weiß ob. Jawoll. Fass es nicht. Sergeant. Sergeant. Ja, lass mich von der Straße runtergehen. Jawoll. Wohin des Weges? Sergeant. Hi. Ich geh gleich noch ein bisschen Akten checken. Dann esse ich noch Speck mit Bacon in meine Tupperdose. Und dann geh ich in den Dienst. Und die Website? Na, frischig. 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 Ja. Boah. Habt ihr bis jetzt gearbeitet oder? Jawohl. Ja. Von seit 8 Uhr morgens. Jetzt. Okay. Boah. 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 Ich weiß, Krüger schief ist nur ein PD. Oder ich glaub, der ist gar nicht zu meinem Fall. Ja, weil die Wolken feiert machen. Geil. Das gehört alles mir. Ja. Ja. Das ist so richtig. Ähm. Wie lief jetzt eigentlich mit Haus? Wo lief alles gut? Ist gekauft. Ist durch. Gehört mir. Ja. Ja. Was hast du geblecht? 80 Riesen. Ja. Geht ja, ne? Ja, ja. Paleto Bay, ganz schicke Gegend da. Also ruhig. Ich hab mir auch jetzt. Ich glaub ein, zwei Stunden bin ich durch die Wallachal gelatscht. Ja, ja. Wenn du da angeguckt, die Häuser und so. Ja, da geht's, von Preisen her kann man da so bis 130.000 gehen. Ja, hab ich gesehen auf der Website. Ja. Der hat Auto da vorne gefällt mir ganz und gar nicht. Da ganz hinten. Ähm. Und PD? Ja, da vorne in der Seitengasse. Und gerade hier rechts, ja, wir haben heute ein paar, ne? Eingeknastet und so. Da sind glaub ich ein paar Leute wütend auf uns. Ja. Westliche Highway, der war auch grad voll der Total. Da war ja, da bin ich dran vorbeigefahren. Gleichfalls. Danke. Da waren zwei Karren, also ein Stückchen weiter vorne war eine Karre, irgendwie quer am liegen und dann ein Stückchen weiter waren da ein paar Leute und da waren zwei Karren, die sind da irgendwie die Leitplanke da zum... Ich hab das ganz böse Gefühl, Williams, dass wir gleich angehalten werden. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Mal schnell bei Waffenland vorbeischauen. Ja, ich glaub bis dahin kommen wir nicht mal. Ganz mulmiges Gefühl. Aber ich geh mal Autor und geh das mal abchecken. Ja. Sollten wir vielleicht mal bei Herrn Krüger kurz anrufen? Ich bin auf jeden Fall morgen... Wo? Wolltest du den Krüger Bescheid sagen, dass wir da... Oder dass du was gesehen hast hier? Siehst du das Auto da hinten nicht? Was da steht? Ja. Auf dem Gehweg? Ja. Nee, nicht das auf dem Gehweg, da ganz hinten. Oder bilde ich mir das nur hin? Also hier steht ein Auto, ja, aber das steht mitten... Also das steht auf dem Seitenschreifen, ja. Das andere ist bei mir sehr sehr dunkel da hinten. Schwierig. Ah, ich hab's gesehen. Genau. Da kommt es. Und das kommt grade auf uns zu. Ich merk's. Blau. V12er? Nehm ich stark an, ja. Und da fällt das nächste Fahrzeug hinterher. Naja, das ist deshalb schon jetzt. Ja, bei dem blauen... Ja, ja. Geh mal kurzer Bank. Ja, ich komm mit. Da werd ich mir morgen mal ne Shotgun gönnen, glaub ich. Hat er gerochen oder was, ne? Ich wollte da grad... Ja, auf einmal ist er losgefahren, so. Ja, morgen mal Shotgun kaufen. Ja, morgen mal hier, ne? Besser ist. Ja, ich wünsche euch was, ne? Ja. Gleichfalls, Sergeant. Ja, abgetreten. Ja, das lass ich mir doch schmecken. Ja? Ja, ich bin schon mal die 30.000. Ja, also... Wo will ich da sehen? Komm mir doch die 80.000 zu. Und der Wagen steht immer noch da, ne? Wo? Alter, linke Seite. Ja, aber da sitzt keiner drinnen. Warte, 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 warte. Komm mit. Hast du dein Fahrzeug grad gehört? Ja, habe ich. Mit Creech und Reifen, so? Naja. Puh. Wir sollten uns wirklich eine Waffe zu lenken. Wir sollten uns tatsächlich... Also... Ja, ich werde mir eine shotgun zu legen. Ja. Das hatte ich übrigens schon Kollegen gefragt, wie das ausschaut, wenn wir diese Waffen benutzen würden in der Öffentlichkeit. Komm, ich fahr' dich. Nö, ich spiel' ja MP, ne? Ist ja... Ist ja nicht unbegründet. Außerdem haben wir keine Waffen dabei. Ab morgen erinnert sich das wieder. Jawohl, Sergeant. Hallo? Hallo? Ja? Da sind auf jeden Fall drei Karren rum, ne? Einer davon ist so'n... Mattschwarzer, glaub' ich, ist auf jeden Fall ein Comet, dieser Porsche-Verschnitt. Der andere, keine Ahnung, könnte auch so'n neuerer Adelgy sein. Und dann noch so'n Futon und hier... Ah ne, das seid ihr. Da sind wir. Ja, ich wollte dich aussprechen lassen. Ja, ich geb' einfach mal auf dem Highway Vollgas und wenn ich sehe, dass uns einer verfolgt, dann... Ja. Ja. Ruf' ich dann wieder Leitsteller über dich. 400 PS in der Kiste, hol' alles raus. Dann nicht bis später dann. Tschüss. Da kreisen wohl drei Autos rum irgendwo. Naja. Wir machen mal die voll besoffene... Ähm... Ich kann nicht mehr Autofahren Taktik und zwar liegt dort's. Ja, das ist morgen der erste Weg, ne, zum Ammonation. Erstmal ne schöne... Jo. Schöne, nicht ne abgesägte, schön die lange. Naja, ich... Am Shotgun. Die haut gut rein. Habe ich schon gesehen. Ich bin tausender, gib's die. Oh, ne 50er vielleicht, jo. Mann, was kostet die Welt? Ah... Man darf nicht vergessen, die Steuern sind, glaube ich, hier recht hoch. Ja, aber wir sind, ähm... Wir haben vom Staat bezahlt. Ach. Ja, das ist ein sicheres Einkommen, Williams. Wie bei der Army. Ja, apropos, also wie gesagt, Haus, Bescheid sagen, ich hab einen Makler in der Hand. Wen? Äh, Deutsch heißt er. Ohne Tee. Deutsch. Boah, da kann der Junge bestimmt was rausschlagen hier. Kommen wir probieren, da können wir gleich mitnehmen nach oben, dann machen wir das so, dass wir da so eine kleine Nachbarschaft aufbauen. Der Kollegen, wär ganz gut. Der hat auch schon, Teres, hab ich schon Bescheid gesagt. Ähm... Ja, der macht das auch, äh, so, dass das, äh, in keine Akten vorkommt. Also in Akten, die andere Makler eingucken können. Lara hat nur erst so gut drauf. Du musst einfach sagen, dass du von der Polizei bist und dann mach er das schon. Stimmt. Und du kriegst sogar Rabatt. Ja, aber ich glaub ich, da wo ich jetzt wohne, zur Miete zieh ich glaub ich auch nicht hin. Ich hab mir schön hier irgendwo eine Wüste, hab ich schon mit einem Sergeant gesehen. Einen Trailer holen. Ja, hier in der Wüste soll, kriegt man so 35.000 plus aufwärts. Wir gucken, aber Paletto Bay ist, äh, auch sehr schön. Hat der Herr Greift dir gesagt, was, äh, der nächste Schritt wäre, äh, Rang 3 und so? Negativ. Als nächstes würde man die Chance haben, halt Staatsanwalt zu werden. Ach so, wenn man Rang 3 wählt, ne Spezialisierung. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, da werde ich, weiß nicht, weiß ja nicht, was da alles so gibt. Ich würde sogar warten bis Rang 4. Rang 4 haben wir die Chance einfach mehr zu können. Ich glaub da geht's sogar in die Detective Schiene rein, soweit ich das verstanden habe. Kennt man die, die Dings, die Laufbahn, wie lange das dauert? Circa? Das ist eine gute Frage, das würde ich, glaub ich, mal ansprechen. Ich glaub, da gibt's, es gibt dafür keine Zeitangabe. Ja, ich weiß es nicht, ich kann's dir nicht sagen. Manche Kollegen hier sind seit 5 Monaten, äh, erst befördert worden, so, ja. Schon hart. Auf welchen Polizeirang? Frage 2. Was? Nach 5 Monaten? Ja, ja. Nein. Doch, doch, wirklich. Du weißt, was das bedeutet, ne? Ja, obwohl, zwei Rekruten dürfen ja auch. Wir kriegen jetzt Rekruten aufs Auge gedrückt. Hatte ich schon vorher bekommen. Ja, du bist aber selber ein Rekrut gewesen. Ja. Mann Williams. Ja, mein Gott. Heute ist schon mehr als der, der Officer, der heute Mittag bei mir auf Schreife mit dabei war. Ja. Ja. Ich war auch schon mit, ich glaub, Gurski unterwegs, aber der war auch drei Tage im Urlaub. Ja. Gurski ist ein guter Mann. Der hat mich auch schon, ja, wie mich jetzt halt, wie er überhaupt gar keinen Bock auf mich hatte, war der, ähm, Kahn. Kahn? Kahn. Kahn? Kahn? Wie hieß der? Ach, Kuhn. 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 Mit dem bin ich hier so zwei Stunden Streife gefahren und da meinte der hier Streifenpartner wechseln. Ja, aber auch nur wegen dem Fall, ne? Nicht, äh, negativ auch. Ne, das tat sich schon ein bisschen an, aber es ist mehr, selbst wenn es ist. Ich hab auch nicht wirklich viel mit dem geredet, kann man auch nicht mit dem auf einander eigentlich. Aha. Ja, ja. Ich freu mich schon, wenn du mit Frau Bleck aufs Streife fährst. Peace, damit du dich schlafen, Bruder. Du wirst dich freuen, ne? Ja. Ich fand die eigentlich ziemlich nett vom PD. Ja, manchmal hat sie eine Phase, mittlerweile ist sie auch ein bisschen lockerer, glaube ich. Du musst halt den Icebreaker finden, ne? Da rät ihr beim Waffen und so weiter, dann passt das schon. Wo wohnst du hier überhaupt? Rechts, rechts reinfahren. Dann die nächste links. Dann rechts. Jetzt rechts. Hier rechts. Ja, das Haus. Jawohl. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Bis später. Ja, tschüss. Lass uns nicht anquatschen. Ja, tschüss. 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 Da. Ja, tschüss. Wundernst du bist. binulierde. Ja, dass du da bist. Da mirec たest weil man hierere Melit crew. Ja, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt All day I faced a barren waste Without the taste of water Cool water Old Dan and I With throats burnt dry And souls that cry Why do you speak here in the sound? And I spreads the burning sand with water Yeah, it's really nice Wo ist der Krüger-Clip? Merci. Wer dreht Wasser? Leap a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man. And he spread a burning sand with water. Dan can... Könnt ihr es noch mal schnell oben? Verhautet ihr der Zelle, ich lass dich rein. Leitstelle an alle Kollegen. Einmal zwei Charaktere raus, feuerfrei. Was? Dann sagen sie mir mal bitte was. Also nehmen sie mal die Personalien von der Person aus. Und dann schreiben sie mir dazu mal bitte eine Mail. Schön. Das hab ich dir noch nie lassen. Könnt ihr es noch mal schnell oben? Verhautet ihr der Zelle, ich lass dich rein. Leitstelle an alle Kollegen. Einmal zwei Charaktere raus, feuerfrei. Jawohl. Dann sagen sie mir mal bitte wer das... Also nehmen sie mal bitte die Personalien von der Person auf. Und dann schrammen sie mir dazu mal bitte eine Mail. Jawohl. Ich gucke mal eben. Ist der Jeff online dein, ne? Ach der hostet mich okay. Den... Ich host mal den Horni. Wir sind zwar nicht mehr allzu viel, aber... Horni war immer ein guter. Naja, Kuba hat schon. Kuba hat schon aufbekommen. Horni. Ach, ich wollte nur vorlesen. Dan Bronk, Bruder. Dankeschön für den Wissam. Zweiter, Mann. Sixter, Dankeschön für 900 Bits. Loco hatten wir. Snowy Six, Dankeschön für den Sub. Josie, Dankeschön für den Wissam. Ach, denn... Mann, Mann, Mann. Dominik Griffin, Dankeschön für den Wissam. Vier, denn... Soll ich alle vorlesen? Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich das nicht tue, Alter. Ach, Wapp, das waren gar nicht mehr so viele. Hä, wo sind... Ach, ich hatte doch TipiStream neu aufgemacht. Fuck. Die ganzen Leute von gestern sind weg. Fuck it, Alter. Sorry. Tut leid. Wettstep, Dankeschön für den Sub, oder... Dallendino, Dankeschön für 50 Bits. Pablo hatten wir vorgelesen. Charlie, Queerstar. Mir auch vorgelesen. SBN 6077, Dankeschön für den Wissam. Siebten. Ich hoffe, du bist noch da, Bruder. Ja, dann... Come never forgive. Dominik und Josie. Snow. Loco. Sixter. Und Dan Bronk noch. Tut mir leid. Trotzdem vielen lieben Dank für alle Wissams und Subs. Und Bits, die verpasst habt. Ich weiß, ihr seid mir nicht böse. Wir sind die Gang. Dankeschön für heute, für gestern. Danke fürs dabei sein. Dankeschön für den unendlichen Support. Wenn irgendwas sein sollte, wisst ihr, wo ihr mich findet. Okay, wir haben gleich vier Uhr. Ich komm trotzdem noch im TeamSpeak. Ein, zwei Gläser Capri-Sonne gehen noch. Vorm Bett gehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns nachher. Gleich Uhrzeit. Lasst euch nicht anquatschen. Peace und seid nett zu horny. Okay? Tschuhus. Jetzt steht mit dir Yang aufgetchen. Ich hab sie mit ihr kennenzulierend. żenia 건 prioriert. Das jetzt aktuell. Ja, jetzt begin. Dieerosampfampf Ultimate. Untertitelung des ZDF, 2020